ARD Text im Auftrag von Funk Du hast einen Haar-Fetisch entwickelt, weißt du, der wälzt sich jetzt darin und reibt sich dann eine Brust damit ein. Du warst zum Haare raufen heute mal wieder. Ja, ja, nee, ich war beim Friseur. Du warst beim Friseur? Ist dir nicht aufgefallen wahrscheinlich? Doch, mir ist es ja aufgefallen, wir sind ja heute Morgen schon lange unterwegs gewesen, denn wir hatten ja einen geheimen Dreh. Seit 8 Uhr morgens sind wir heute unterwegs, um 4 Uhr ungefähr pennen gewesen, also einzeln, nicht zusammen. Ach komm, spiel mit, spiel mit. Nee, heute Morgen um 4 Uhr im Bett gewesen, irgendwann zusammen natürlich. Und dann heute Morgen irgendwann um 7 Uhr und wieder raus und dann, Alter, ey, wir sind so fertig eigentlich. Aber das verraten wir natürlich nicht, weil wir wollen eine professionelle Show abliefern sozusagen. Wir wollen natürlich jung und aufgeweckt wirken. Aufgeweckt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir zwischendurch einpennen, einfach mal kurz in den Nacken schlagen. Der Rumpel macht das dann. Mein Stuhl quietscht auch ein bisschen. Das hört sich an wie so eine alte Gasthofmatratze. Wie da in dem Hotel, im Holiday Inn. Was macht die denn da oben? Im Day Inn in Los Angeles. Nein, das war ein Barstow. In Barstow, genau, genau. Wo ich da gepennt hab und dann halt wirklich den ganzen Tag über mir, die ganze Nacht fiel. Über dir war Matratzentest quasi. Da war Stiftung Warentest gerade zu Gange und die haben halt so einen Extremtest mit der Matratze immer gemacht, weißt du? Und irgendein grunzendes Schwein. Wir haben auch neue News und die sind nicht so lustig. Wir haben neue News. Ja, genau. Die sind nicht so lustig. Der Arma-Typ. Das ist doch voll witzig. Haben wir doch berichtet drüber. Ein Monat im Knast sitzen ist doch witzig. Absolut witzig. Wenn man wegen Militärspionage verdächtigt wird. Die Arma-3-Typen, ihr wisst es ja, wir hatten das schon mal erwähnt. Inzwischen ist das Ganze ein Monat her, die sitzen in Griechenland im Knast. Und das Problem ist aber, das verzögert sich jetzt immer. Auch die ganze Schoße verzögert sich, weil die Richter sind alle auf der Straße und streiken. Weil in Griechenland ist die Kohleknapp, das wissen wir alle. Und was ist denn da jetzt die Sachlage, lieber Saras? Also erstmal sind das echt Arma-Typen. Dass sie jetzt im Knast sitzen. Definitiv nicht so das schönste Spektakel für die Jungs. Ja und wie gesagt, der Gongs hat es schon angesprochen. Die Richter sind am Demonstrieren und währenddessen verschiebt sich die Verhandlung immer weiter. Jetzt sitzen die schon einen Monat im Knast und dann gibt es auch eine Website. Richtig. Wenn ihr euch aktivieren wollt. Heutzutage ist das ja so, früher ist man mit Transparenten und Steinen auf die Straße gegangen. Heute sitzt man vom Internet und sagt, ich bin zu faul, da drauf zu klicken. Ich find Akta doof. Ja genau, so ist das. Obwohl, da waren wir auch auf der Straße. Akta waren wir auch aktiv auf der Straße. Also ich zumindest. Akta-Eve. Akta-Eve. Ja, ist auch egal. Jedenfalls, da waren wir auf der Straße. Wenn ihr euch aktivieren wollt. Für die Arma 3 Entwickler stark machen. Die sitzen gerade im Knast. Es gibt eine Webseite, die heißt helpivanmartin.org. Das sieht man hier gerade ganz klein eingeblendet. helpivanmartin.org. Wir haben leider keine Bauchbinde dafür. Und da kann man sich hier mit Signaturen, ich seh schon, Erik Range hat sich da aktiviert mit Games Don't Kill People. Ach, den kenn ich. Das ist total der Spacko. Ist ein Spacko. Hat hier mal was richtig gemacht. Hat sich irgendwie gestolpert mit dem Arsch auf der Tastatur gelandet. Hat hier was getippt. Games Don't Kill People. Und hat hier Signs and Petition hier. Weißt du, ganz ehrlich, Militärspionage. Das eine ist ein Spiel, das andere ist Krieg. Weißt du? Absolut. Also ich weiß natürlich nicht, was da gelaufen ist. Aber der Manuel meint ja, dass die auch irgendwie vor dem Hotel aufgeschnappt wurden. Gar nicht wirklich da vor diesem Militärwarten. Genau, weiß man natürlich alles nicht. Ist alles ein Mysterium. Aber was ist da der CIA, wie der seine Finger am Spiel hat? Auf dem Bild sieht man, der Typ ist ein Familienvater einfach. Weißt du, zu Hause warten Frau und Kind und der sitzt eingeknastet einfach in Griechenland. In Griechenland. Und keine Sau kümmert sich da oben. In Griechenland vor allem. Man könnte ja denken, Mensch, das ist irgendwo in Kambodscha passiert. Ja gut, der sitzt jetzt im Monat im Knast. Das ist hart, den rauszuholen. Aber Griechenland? Ich weiß auch nicht. Wenn ihr helfen wollt, ich glaube, ich poste das jetzt mal eben auf der LPT-Live-Seite bei Facebook. Das mache ich mal ganz gut. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Tat. Holen wir den Jungen da raus, Leute. Wir gemeinsam. So, was auf. Hier. Let's free the gamers. Wenn ihr, Alter, hier ist schon wieder alles kaputt. Wenn ihr euch aktivieren wollt, hört sich scheiße an. Ne, ist okay. Hier ist der Link. Ich aktiviere mit dem roten Knopf. Zur Hilfe der, äh, 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 Alter, ich komme mir gerade voll nicht klar. Der Arma 3 Entwickler. Ich sehe hier gerade gar nichts. So. HelpIvanMartin.org. Liebe Grüße, Gronkh. Da ist es auch gerade nochmal eingeblendet, unten in der Bauchbinde. Genau. Valüchen. Gronkh und Valüchen. So, da haben wir es nochmal. Genau, da unten steht es. Da ist jetzt der Link. Get Arma 3 Deaths Home. Da könnt ihr euch stark machen, die Petitionen unterschreiben. Wenn ihr Lust habt, natürlich, wir wollen niemanden überreden. Vielleicht findet ihr das ja auch gut, dass da jemand so eingeknastet wird. Kann ja auch sein. Super ist das einfach. Ich finde es ganz toll. Also Sarraza mag das. Sarraza gefällt das. Sarraza möchte auch in den Knast. Nee, möchte ich nicht. Du wirst auch gleich die Knasthure einfach. Das erinnert mich an Temperaturen. Heiße Temperaturen gerade. Und mal wieder eine Überleitung zu machen. Alter, das war die schlechteste Überleitung ever. Alter. So. Okay, bitte, bitte, bitte. Du hast schon so gut angefangen. Du musst das jetzt zu Ende bringen. Ja, und zwar der neue Playstation Move Controller. Dieses neue Ding, was da rauskommt, das wird wahrscheinlich mit Temperaturen irgendwie. Temperaturen, Aktivatoren enthalten sein. Nee, das stimmt nicht ganz. Ja, gut, das sind Temperatursensoren. Nein, auch nicht. Warum? Was denn dann? Sondern es wurde nur das Patent angemeldet. Ja. Es gibt keinen Controller momentan. Ja, die gibt es noch nicht. Die gibt es noch nicht. Die werden aber rauskommen mit Temperatursensoren. Das heißt, wenn er das Ding in der Hand haltet, wird es warm vielleicht. Die interessante Frage, die sich mir dabei stellt, ist, what the fuck? Also ganz ehrlich, was... What the fuck trifft es nämlich? Denn dieser Move-Stab hat ja auch einen ganz gewissen Stabesform. Verstehst du? Verstehst du? Kommst du dem hinterher? Manchmal habe ich einfach keine Worte dafür, mit was ich hier moderieren muss. Nee, es ist halt einfach so, das Ding hat wirklich so ein Stäbchen. Ähnlich wie hier. Da kennst du dich ja aus, aus dem Big Sauna Club. Weißt du? Big Black Sauna. So, auf jeden Fall. Du hast mich da noch vorgeschlagen. Ich war jetzt schockiert, als ich da war, dass der Grund da immer hingeht. Darauf die Brofist. So, auf jeden Fall. Das Ding soll irgendwie heiß und kalt werden. Es ist nur Patent angemeldet. Gibt es noch nicht so heiß und kalt werden. Und ich frage mich, wozu das Ganze? Kannst du damit deine Cocktails kühlen? Kannst du damit einen Grill anzünden? Was soll das? Das ist vielleicht für ein Kochspiel. Wo du dann einen kleinen Pancake auf dem Move-Controller... Ja, der Rumpel meint ja schon irgendwie, wer es länger anfassen kann. Weißt du, wird immer heißer. Dann hast du halt irgendwann Brandblasen. Kann ja auch nicht so eine Sache sein. Das Ding schmilzt ja auch irgendwann. Kann ja nicht so heiß werden. Naja, wir haben aber weitere News. Und zwar auch ganz heiße News. Brandheiße News mit IGN. Der Schuppen. Kennt jeder das IGN, das Portal? Ein riesen Gaming-Portal aus den USA. Ich glaube, es ist eins der weltweit größten, wenn nicht sogar das größte Netzwerk von Gaming-Seiten. Wird verscherbelt, das gute Stück. Falls einer von euch gerade mal zufällig 100 Millionen auf der Portokasse hat, der kann sich das Ding ja zulegen. Guckst du mal gerade in dein Portemonnaie. Vielleicht hast du die ja. Ich habe noch 1,50. Ich habe echt nur noch 1,50. Ich muss sagen, ich habe nur noch 1,50 und eine Taxi-Quittung. Oh, das ist schlecht. Dafür wirst du IGN nicht bekommen. Aber das Krasse ist eigentlich, das hört sich im ersten Moment richtig, richtig viel Geld an. Also 100 Millionen muss man jetzt mal auftreiben. Aber. Wie IP-Access. Aber. Aber, man muss dazu sagen, das Ding hat vorher 650 Millionen gekostet. Von 650 Millionen auf 100 Millionen runtergewirtschaftet. Das gibt es eigentlich sonst nur bei der Playmassive. Ja, aber muss man sagen, kannst du ja für 3,50 kaufen. Das macht ja gar nichts. Ich gucke mal gerade, was die Community denn so dazu schreibt. Ja, was wird denn geschrieben und geschrieben? Sag doch mal, halt uns doch mal auf den laufenden, was geht ab in der Welt der lustigen Kommentare? Was geht heute ab in der Welt des Chats? Ich schaue auch mal ganz kurz rein. 100 Millionen habe ich immer dabei, sagt der Artie. Endlich sind die Haare ab. Frag doch mal den Wendler. Ja, der Wendler muss aber Kohle haben. Und der Mari, der hat noch 80 Cent im Petto. Ganz große Skandale. Sarraza ist ungewaschen. Gut, das stimmt. Das ist aber auch nichts Neues. Wie bitte? Ja. Wenn du wüsst es. Und mir steht die Frisur. Ja, stimmt. Hier, 1 Euro. Also, Mr. Pompfritz bietet 1 Euro für Playmassive. Das sollte man machen. Die Sarraza jetzt auch die Haare ab. Forget it. Ich mache ja da nicht so eine Frise wie der Gregor hat. Nee, du lässt ja schon Bart wachsen wie der Gregor. Ich habe ja gar keinen Bart im Moment. Im Moment bin ich ja razert. Wir sehen jetzt heute mal völlig differenziert aus. Du hast ja momentan eher so einen Bauarbeiter-Arschbart. Naja, aber egal. Komm, weiter geht's. Panne bei Origin. Panne bei Origin. Da kommen wir natürlich sehr schnell mal zu. Bei Origin aus dem Hause EA. Hey, da gab es die letzten Tage ein bisschen Tohuwabohu. Denn man wollte eine Umfrage machen, warum die Leute nicht mehr bei Origin kaufen. Und als Bonus für diese Umfrage, für die Teilnahme, als Dankeschön, winkte dann quasi einen Gutschein, einen Bonus-Code in Höhe von bis zu 20 Euro konnte man sich ein Spiel downloaden. Und dann stellte sich Folgendes heraus, die Codes waren immer gültig. Man konnte die beliebig oft verwenden und quasi die ganzen User konnten sich für diesen einen Code alles ziehen, was sie wollten, halt bis zu 20 Euro alle Games ziehen. Und das wurde sehr schnell, auffällig schnell wurde das wieder gefixt. Und die Frage ist, war das jetzt ein Bug oder war das ein raffinierter PR-Gag? Was meinst du, lieber Saratza? Meine Theorie wäre folgende. Ich kombiniere, ich kombiniere. Ja, ja, ja. Es gibt ja sehr unterschiedliche Möglichkeiten und Optionen. Ich würde sagen, es war ein Fehler. Ich würde sagen, es war ein Bug. Ich würde sagen, das ist keine gute PR-Aktion. Wir hätten es natürlich sofort gepostet, hätten wir das vorher erfahren. Also bei unserer Facebook-Seite, Let's Play Together, hätten wir das natürlich direkt gepostet. Aber die Aktion als PR-Aktion wäre super gewesen, weil ganz ehrlich, sowas geht viral durch die Gegend. Ja, absolut. Ja, absolut. Muss man einfach mal sagen. Muss man einfach mal sagen. So, und jetzt hier ganz professionell mein Handy. Oh. Boah, krass. Ja, dein Stuhl ist kaputt, ne? Ui. Ui. Du brauchst einen Rollstuhl. Ui. Du brauchst einfach einen Rollstuhl. So, was haben wir denn? Das war Absicht, siehste. Saratza mal ganz schlau, total ungewohnt. Was? Aua. Ich kriege nicht. Das mit dem Schlau hat sich gerade erledigt, tut mir leid. Ich kriege nicht mehr festgesetzt. So. Der Stuhl ist ein bisschen im Eimer. Warte mal, den muss man so reinschieben. So. Du kannst ja gleich den Move-Controller wieder rausholen. Ja, du kannst aber gerade erzählen über LBT Live, weil, ich meine, irgendwer ruft mich hier die ganze Zeit am Handy an, dass ich ganz schlängst ausmachen sollte. Alter, du bist sehr Profi. Anonyme auch noch. Na super. Anonyme auch noch. Oh Gott, ey, das sind die Besten. Sorry, boys, not available. Forget it. Ich werde da nicht drangehen, liebe Freunde. Das kann so lange in meiner Hose vibrieren, wie ihr wollt. Äh, das meine ich nicht so. Denk an den Move-Controller. Alter. Denk an den Move-Controller. Du mal mit einer sexuellen Behaftung. So, auf jeden Fall. LBT Live.de. Was gibt's heute? Genau. Heute. Heute wird richtig fett gespielt, man. Heute spielen wir mit euch nämlich World of Pat-Man. Und an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank und viele Grüße an den Andreas, ich hoffe der Vorname ist richtig, aka Ente, für das unglaublich geile Game. Wir haben es natürlich vor der Sendung, ich habe früher auch mal die Maps gezockt, muss ich dazu sagen. Und Sarata gefällt das. Hossa. Hori Do. Auf jeden Fall, heute World of Pat-Man. Wenn ihr mit uns zocken wollt, da unten steht es LBT Live. Da, 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 da steht es. LBT Live, da müsst ihr euch, ach komm ey, da müsst ihr euch anmelden. Dann könnt ihr mit uns zocken. Nachher gehen die Einladungen raus und wir freuen uns auf ein super Ründchen mit euch. Und diese Lilliput Maps, die machen einfach richtig Spaß. Dass die heute nicht mehr so gezockt werden, ist eine Schande. Es ist echt eine Schande. Es ist einfach super geil, muss man sagen. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, auch mit aktuellen Shootern so in Konkurrenz. Ich muss sagen, es erinnert mich ein bisschen an die Gnuke. So vom ersten Mal. Mit dem Schrinkstrahler. Mit dem Schrinkstrahler. Und dann ist die Grundplätze nicht so groß. Dann könnt ihr hier über diesen kleinen Laptop laufen. Also wie immer quasi, wie immer. So, auf jeden Fall, wenn ihr mitzocken wollt, auf der LBT Live Seite momentan steht, wo ihr euch das runterladen könnt. Nachher gehen die Einladungen raus. Und ich glaube, ich hätte irgendwie Bock, das auch abgesehen von der Sendung mal zu zocken. Muss ich ehrlich sagen. Ich würde auch empfehlen, ganz ehrlich gesagt, würde ich empfehlen, es jetzt schon mal runterzuladen. Falls ihr gezogen wird, ist es immer ganz gut, wenn ihr das Spiel auch vorher habt. Der Link ist auf der LBT Live Facebook Seite. Die jetzt wahrscheinlich wieder down ist. LBT Live ist down, natürlich. Natürlich. Aber das kommt gleich wieder, Jungs. Ich meine ja auf der Facebook Seite. Nicht auf der LBT Live, sondern auf Facebook. Da ist der Link zum Download. Aber anmelden müsst ihr euch natürlich über LBT Live. Okay, habt den Herrn Petrella, Professor Irmgard, Pfarrer und was weiß ich Manuel gehört. Ich glaube, da müssen wir nichts mehr hinzufügen. Schau mal. Ich würde sagen, wir zocken mal los, oder? Ich schau mal gerade auf der LBT Live. Da geht tatsächlich wirklich nichts. Vorbinden steht da jetzt. Da steht jetzt nicht mehr Seite down, sondern vorbinden. Da musst du vielleicht mal ran, lieber Rumpel. Tut mir leid. Die ist verboten worden, die Seite. Ah ja, läuft auch mit meinem Hatchi-Server. Ist ja interessant. Oh, es gibt auch schon 20 Mal geteilt wurde dieser Arma-Beitrag von dir, den du gerade vor sieben Minuten gepostet hast. Finde ich super. Und hat schon 365 Likes. Das zeigt, die Community hält zusammen, wenn ein Gamer in den Knast kommt, nur weil er ein gutes Spiel machen muss. Dafür Daumen hoch. Das ist nicht gut. Daumen hoch dafür. Abonnieren, favorisieren, auf Twitter followen, Facebook liken. Dafür, dass ihr das geteilt habt. Vielen Dank. Vier Daumen hoch dafür. Sogar fünf. Fünf Daumen hoch. Warte, noch ein C. So. Du hast deine Schuhe noch an. Ich habe meine Schuhe ausgezogen übrigens. Ich muss deine Schuhe mal ausziehen. Mach ich manchmal auch gemütlich. Genau. Einfach mal gemütlich. Einfach mal gemütlich Wohnzimmer-Style. Die Kielchen schlürfen einfach mal. Machst du die Queen auch reingeladen heute? Die Queen ist dann auch dabei. Und wir spielen jetzt das erste Spiel. Dazu muss ich ganz kurz sagen. Es heißt Way. Und der Clou an diesem Spiel ist, ich starte das schon mal im Hintergrund. Der Clou an diesem Spiel ist, wir haben genaue Instruktionen gekriegt, wie wir spielen dürfen. Wir dürfen uns nicht über das Spiel unterhalten. Das heißt, im Spiel muss man quasi zusammenspielen. Aber man muss so interagieren, dass man sich quasi ohne Worte versteht. Weil normalerweise sitzt man da nicht so zusammen wie wir hier gerade, wir zwei alten Ommas hier auf dem Kackbalken, sondern normalerweise spielt man mit irgendwem, der ganz irgendwo anders ist und muss dann versuchen, sich irgendwie über Handzeichen im Spiel zu verständigen, damit man an des Rätsels Lösung kommt. Und ich bin gespannt, wie weit wir damit kommen. Du brauchst mich gar nicht einzublenden gerade. Ich finde das wirklich sehr nett von dir, aber ich muss jetzt ganz kurz auf den Monitor gucken. Das wird uns spannend. Deswegen lieber schnell umblenden. Ja, super. Das klappt wieder super. Ich starte mal eben Server, während du dann dein Handy ausmachst. Genau, weil hier werde ich von 10.000 Leuten angerufen. So. Wie viele Leute rufen mich eigentlich jetzt hier um die Uhrzeit an? Das kann doch gar nicht sein. So, mein Handy ist jetzt aus. Super. Der Dennis Wert hier von Play Nation. Ich möchte übrigens an dieser Stelle, solange wir noch nicht im Spiel sind, möchte ich nochmal der lieben Maria danken für die geile Sarraza-Handpuppe. Geil. Die ist einfach der Hammer. Die zeige ich jetzt auch mal gerade. Wir hatten das ja in der Schaltung vom Studio, wo wir vorher, meistens, eigentlich immer, gehen wir ja vorher schon mal online vor der Sendung. Die Leute, die mal früh einschalten, werden das wissen. Und zwar haben wir diese tolle Sarraza-Handpuppe bekommen. Die war so geil. Synchronisiert hat das Ganze der liebe Rumpel übrigens. Einfach geil damit. Wir müssen damit noch irgendwas machen. Warte mal, du streichst dir die ganze Zeit mit denen. Ja genau, hier, die kann man auch noch bewegen. Anarchie, Anarchie. Hoch die Taschen, ja, ja, ja. Das ist natürlich blöd, wenn zwei Leute daran rumgehen. Genau, aber super geil. Geiles Ding. Liebste Maria, Küsschen und vielen Dank. Kann man einfach mal... Nee. Du bist nur, wenn dein Lippenstift fehlt. Ja, das ist der Grund. Ich kenne dich nur mit Lippenstift, weißt du? So, dann hier mach mal Reload, connecten wir uns mal. Ja, mach mal hier, Refresh List. Hier ist was los heute im Stimmungsstudio Nord. Ja, aber wirklich, ne, heute ist was los. Eigentlich sind wir ja voll, voll, voll fertig, aber irgendwie... Ist eigentlich ultra müde, aber ich laufe ja schon voll auf Automatik durch gerade. Oh, es geht los. So, und da befinden wir uns im Spiel quasi. Wir können mal ganz kurz umblenden. Ich bin hier dieser Taliban. Genau, du bist auch wie so eine arabische Figur. Und ich laufe immer so ein bisschen Headbang-mäßig durch die Gegend. Dann kann man hier rumspringen. Jetzt momentan ist natürlich Einführungslevel-Tutorial. Wir laufen uns mal ein bisschen in die Arme hier, ein bisschen entgegen. Hopsa, hopsa. Da lernt man jetzt ein bisschen die Steuerung. Das Interessante ist ja, ich bin in Eskimo. Und beim Gong startet das mit so einer Sandwelt bei mir mit einer Eiswelt. Ach, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht, cool. So, und jetzt muss ich hier diesen Dings hier vorne schieben. Und dann kann ich hier hochruppen und da rüber und da rüber. Und dann gehe ich jetzt da rüber zum Gronkh. Der Gronkh und ich, wir dürfen in bestimmten Situationen nicht kommunizieren miteinander. Also zumindest nicht Audio. Ich will mit dir in bestimmten Situationen auch gar nicht kommunizieren. Wir dürfen dann uns nur Zeichen geben. Da müssen wir den Rumpel versprechen, weil sonst würde man das Spiel nicht richtig spielen. Genau, hier, da hinten sieht man den Sarazar schon. Und jetzt gehen wir nämlich in den Splitscreen, weil wir uns gefunden haben. Und können jetzt quasi an uns ranzoomen und können dann so lustige Sachen machen, wie zum Beispiel... Das war doch... Irgendwas juckt da unten. Ach so. Hallo. Hallo. Hallo Leute. Mein Controller juckt. Wo ist denn eigentlich Kusti? Ach, ich weiß nicht. Hallo. Das heißt, wir können uns jetzt hier per Handzeichen... Hallo. Hallo, Freunde. Hallo. Und können auch mit dem Kopf so ein bisschen nicken und rumgucken. Und wir müssen versuchen, uns hier... Emotes gibt es auch. Es ist ein bisschen dunkel, ne? Hab ich das Gefühl. Ich lache mal zum Beispiel. Hey, ich bin so freundlich. Guck mal da oben, der Doofkopp da. Das macht mich sauer. Da, der da. Der da, sieht ihr den? Ach, da guckt euch mal den Spastmaten da unten an. Da unten der Schwachmaten. Da unten. A und B. So, auf jeden Fall. Lass mal weitergehen. Was ist denn hier? Bieten geilen irgendwie, wo wir gerade so einen kleinen Dance... Ach, du willst einen Dance machen? Ja, mach doch mal einen Beatbox hier. Du, 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 dumm, puff, bumm, puff, bumm, puff, bumm, puff, bumm, puff, bumm, puff, m, 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 m. Das ist auf jeden Fall super. Komm, wir spielen mal ein bisschen weiter. Ja, würde ich sagen. Genau. Wir dürfen ja nicht miteinander kommunizieren. Wir müssen jetzt, also zumindest, ja, wir dürfen miteinander quatschen, aber wir müssen jetzt mit Handzeichen im Spiel miteinander kommunizieren. Genau. Und jetzt tauschen wir ja gerade irgendwelche Drogen aus. Ne, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Wir tauschen gerade irgendwas aus, was Dinge aktiviert. Und dadurch öffnet sich hier eine Tür. Wir dürfen uns aber nicht absprechen, was wir machen müssen. Das heißt, wir müssen quasi uns aufeinander verlassen. Wie immer, Sarazar, wie immer. Obake. Obake. Das kann nur schief gehen. Oh, das kann eigentlich nur schief gehen. So, guck mal, hier kann man sehen, wir müssen wahrscheinlich die Figur nachmachen. Aha. Das war ja einfach noch. Das war die Adolf-Figur. Bei mir geht ja so eine Schlucht runter. Da kannst du mal versuchen runter. Ach so, ich dachte, genau. Entschuldigung. Das dürfen wir schon noch reden, oder? So was. Ich glaube, da kriegen wir bestimmt gleich Nackenschlag. Und jetzt? So, und jetzt vermute ich mal... Guck mal, das ist eine unsichtbare Mauer. Äh, ein Überlauf. So, ich warte mal auf dich, guck mal. Jetzt haben wir beide. Guck mal, guck mal. Ja! Das klappt ja super. Also das konnte ich jetzt, glaube ich, auch noch sagen, weil, äh... Oh. Ich bin gerade... Guck mal, ein Monitor. Aha. Das ist doch der Gronkh, den ich da im Spiegel sehe. Da ist doch der Sarazar. Huch, nee, das ist mein Sack. Warte. Da ist doch der Sarazar. So, jetzt geht's weiter. Und jetzt? Ah ja, das war jetzt nicht so schwer. Also bis jetzt sind die Rätsel natürlich relativ übersichtlich. Was heißen denn diese komischen Monitore immer? Das weiß ich nicht so genau. Ah, jetzt verstehe ich, was ich hier machen muss. Sehr interessant. Aha, aha, aha. Siehst du, was ich mache auf deinem Monitor, ne? Ja, ja, ich sehe das, aber ich wundere mich. Ach, du gehst da jetzt oben... Ach, nee. Ich muss ja jetzt irgendwie hier... Alter, ich... Hä? Da fängt es ja schon an. Weißt du, eben hatten wir noch große Fresse. Ich weiß aber gerade auch nicht. Ich kann hier gerade gar nichts machen. Ich kann hier gerade gar nichts mehr. Hilfe. Hilfe. Was kann ich tun? Ich stelle mich mal hier rein. Wir müssen irgendwie zusammenarbeiten, aber ich weiß noch nicht wie. Wir dürfen ja auch nicht kommunizieren miteinander. Ach, warte, 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 warte. Ich habe eine Idee. Warte. Jetzt, da... Nein, nein. Warte. Nein, 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 nein. Alter, versuch doch mal zu gucken, was ich... Mach mich nicht nach, sondern versuch zu sehen, was ich kommunizieren will. Check da null. Alter, was mache ich denn hier gerade? Springst zweimal. Und dann? Hältst du den Dings nach links? Ja, und warum tue ich das wohl? Weil du mir ein Zeichen geben willst, wie ich da hochspringen kann? Das klappt aber nicht. Doch. Ich komme da nirgendwo drauf. Alter. Jetzt sag mir doch eben. Noch da, noch da, noch da. So ein bisschen cheaten dürfen wir. Da, 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 spring noch da, da. Du alte Kacknudel, ey. Nein. Da. Ich check's nicht. Ich werde es auch nicht checken mit deiner Hinweise. Ich verstehe nicht, was du meinst. Erzähl's mir kurz, bevor wir... Alter, wenn ich das erzähle, dann haut ich mich da... Ohne auch verschieben. Was? Ja, verschieben. Ich kann mal die Kiste am Boden auch verschieben. Ja, das mache ich doch die ganze Zeit. Stopp, 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 stopp. Truff, truff, truff. Nein. Hä? Zu spät. Zurück, zurück, zurück. Ja, stopp. Stopp, 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 stopp. Jetzt. Ich kann da nicht auf diesen Ast springen. Ja, ja, und jetzt nach da, 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 da. Nein, da, da, du Arsch. Ja, und jetzt nach da, jetzt nach da, jetzt nach da. Okay. Jetzt nach da. Nein, nein, noch mal, noch mal nach da. Jetzt nach da noch mal. Nein, ah, verdammt. Okay, jetzt noch mal nach da. Jetzt noch mal nach da. Jetzt noch mal nach da. Da, na, nicht da. Hm, ich verstehe. Okay, jetzt nach... Alter. Hm, dann da. Und dann da. Da, 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 da. Ja, und nochmal, nochmal, nochmal nach da. Ja, und jetzt. Nein. Alter. Man sieht schon voll mein Spiel. Alter, wie krass. So, ja, hä? Wie mies das sein muss, wenn man sich... Okay, jetzt verstehe ich natürlich auch, was du meinst. Wenn man sich überhaupt nicht verständigen kann, das ist schon krass eigentlich. Ja, das ist schon krass. So, und was macht das hier für ein Scholli jetzt? Ah, warte mal. Ah, so, so, so. Ja, genau, so. Hä? Nee, was machst du denn? Du machst ein Drogenface. Hier mit, 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 hier. Ja, ich glaube, ich muss da diesen Auge so zuklappen. Da muss ich schon Emoticon machen. Ja, du musst, du musst ein Auge zuklappen. So, jetzt musst du mir wahrscheinlich sagen. Ah, jetzt verstehe ich natürlich. Okay, ja, jetzt verstehe ich. Alles klar, ja, da. Hier nochmal. Nochmal? Ja, wo ich hinzeige und jetzt. Okay, so gehen wir es natürlich mit der Kommunikation hin jetzt. Okay, super. Und jetzt muss ich wahrscheinlich. Genau. Sehr schön. Ach, wie geil ist das denn bitte. Musstest du jetzt da kein Emoticon aktivieren? Nee, 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 noch nicht. Das kommt bestimmt bald. Ach du Scheiße, wir haben übrigens hier ein kleines Problem, wie ich gerade sehe. Also ich habe hier ein kleines Problem. Ich gehe mal weiter. Gucke mal, ob ich dir helfen kann irgendwie. Oh, jetzt müsstest du mir eigentlich helfen können. Ja, ja, ja. Äh, äh, warte, warte. Warte. So. Hm, hm. Nee, du musst erst mal, erst mal. Verschieben. Sag mir, wenn deine Figur aufhört, ist sie zu bewegen. Genau, genau, genau. So, und jetzt da, jetzt da, und jetzt nochmal da, ja, jetzt weiter, nochmal, da, da. Ach ja, oder, ja, nee, 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 nochmal da, nochmal da, nochmal da, nochmal da. Ja, 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 nee, bleib, da, 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 und nochmal da, 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 und jetzt. Ach, super, und jetzt kann ich mich ganz bequem mir draufstellen. Das ist schon ein geiles Spielprinzip, also wenn man einmal durchgestartet ist und ungefähr weiß, was man damit meint, wenn man da kommt, macht. Ja, hier, geh mal vom, danke. Ist schon ganz geil eigentlich, hätte ich nicht gedacht. Ja, würde ich auch. Ach, Moment, jetzt muss ich dir wieder helfen. Okay, warte, ich zeige. Nee, 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 ähm, da. Bisschen mehr. Und jetzt, warte. So. Ist schon geil. Kann man nicht anders sagen. Okay, bleib mal da stehen. Na klar. Gefällt mir, muss man sagen. Ne, äh, achte doch mal auf das Bild. Jo. Ist schon ganz geil. So, was müssen wir jetzt machen? Ich glaube, jetzt müssen wir einfach nur synchronisieren. Yeah, wir sind synchronisiert. Jetzt übergibst du mir irgendwie so eine komische Rune. Das ist ein superinteressantes Spielprinzip. Ich habe sowas in der Art noch gar nicht gespielt. Ich auch nicht. Deswegen war ich hier erst ein bisschen überfordert und wusste gar nicht, was jetzt los ist. Wir haben es halt auch gar nicht antesten dürfen vom Rumpel. Wir sind jetzt wirklich auch zum ersten Mal hier am Spielen. Weil der Manuel meinte, der übrigens auch dieses Let's Play gezockt hat auf seinem Channel, Sergeant Rumpel, der meinte halt, zockt es auf keinen Fall an, weil ihr dürft nicht wissen, was passiert. Und ihr dürft halt auch nicht miteinander reden. Nur Notfällen. Und das haben wir auch gemacht. Okay, warte, ich muss dir wieder ein Zeichen geben. Nein, 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 nein. Moment. Ich muss da jetzt bestimmt hier irgendwie... Nee, hier, guck mal, nein, nein, guck mal auf mich. Okay. Hier so? Weiter. Stopp. Ach. Wenn ich springe mal... Ja. Nee, hier. Komm ich doch gar nicht hin. Guck mal. Ah. Und jetzt? Aua. Da komm ich gar nicht lang. Äh, jetzt wird's aber echt haarig. Hm? Jetzt ist mir jetzt echt... Warte, 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 da kommt doch gleich das Ding lang. Gescheißert. Nee, kommt nicht. Äh. Was bin ich? Ähm. Au, au, au. Ah, wenn ich da runtergehe, dann fährt das hoch. Alles klar. Ach, kacko, jetzt muss ich dir sagen... Jetzt muss ich dir... Okay, warte, warte, warte. Hm? Huch, da. Please proceed. Please proceed. Warte, warte. Nein, 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 nein. Stopp. Nein. Jetzt, genau, genau. Äh, warte. Alter, der geht immer wieder raus aus dem Zoom-Mode. Wir müssen uns irgendwie ein Zeichen für Stopp geben. Huch, das hier eigentlich, ne? Stopp. Und dann musst du eigentlich da, äh... Hier, guck mal. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Und jetzt muss ich bestimmt... Irgendwas machen. Ach so, ich muss dann hier wahrscheinlich... Genau. Und jetzt aktivier ich den hier. Und, äh, ich zeig mal hier so. Guck mal genau hin. Also einfach jetzt, so, äh, jetzt. Hm, genau so. Ich hab ein bisschen Bammel, weil... Nee, mach. Siehste genau deswegen, weil da unten fährt das Ding. Du musst da irgendwie rüberkommen. Ach, jetzt muss ich natürlich wieder... Ah, okay. Alter. Nee, nee, Moment mal. Hm? Jetzt das ohne Sprache zu erklären ist die Hölle. Verstehst du es? Warte mal. Ich würde gerne... Ich würde gerne erst mal auf... Auf hier. Ja. Und jetzt springen. Ja, gut, ey, sorry, aber... Ja, ein bisschen Sprache, okay. Weil sonst kommen wir hier nicht mehr weit. Oh, Mist, jetzt musst du genau... Nee, warte, warte, warte. Nee, muss einmal kurz, genau. So. Okay, warte, 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 warte. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Und hier... Nee, jetzt... Nee, warte. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Jetzt, hm. Nein, jetzt, hm. Warte, jetzt, hm, hm. Genau. Ja. Okay, warte, warte. Boah. Super. Das war doch super schon. So, nach einer kurzen Zeit, das ist doch gescheckt. So, und jetzt, äh... Hurra! Juhu! Juppie! Hey, hallo! Hey, ho! In the ghetto! Das ist ein super interessantes Spiel, muss man sagen. Ist natürlich für so einen Livestream nicht unbedingt genau das Richtige. Genau, genau, genau. Weil wir gar nicht reden können. Ich würde mal sagen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann, ähm, kann man sagen, der Rumpel hat's ja getestet, ne? Der Rumpel hat's getestet, oder ihr zieht's euch einfach runter. Wayne heißt das Spiel, könnt ihr auch selber spielen, vielleicht mit euren Kumpels. Aber möglichst nicht kommunizieren. Probiert's mal. Vielleicht sprecht ihr euch ja am Anfang ab, was wir jetzt nicht gemacht haben, was, welches Manöver bedeutet. Genau, genau, genau. Da muss man schon ein bisschen, da muss man schon so ein bisschen kooperieren. Hier ist auch nochmal gerade hier die, äh, Webseite des Entwicklers von Coco und Co. Ja, achso, hier unten kann man das, äh, runterziehen, zack, 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 da kann man, äh, einfach kostenlos ziehen und, äh, spielen mit Kumpels und sowas. Wenn ihr euch traut, da bin ich mal sehr gespannt, was da bei euch rauskommt. Ohne Teamspeak einfach am besten spielen. Einfach drauf loszocken und mal gucken, was passiert. Genau, und ich gucke jetzt mal in die Kommentare, was haltet ihr denn von dem Game? Da bin ich auch mal sehr gespannt. Die Seite geht immer noch nicht, übrigens, LBT Live ist immer noch down. Das Spiel heißt Wave. Da muss ich einen kurzen Update geben. Ähm, ich wurde gerade von meinem, äh, Webhoster, äh, gesperrt, weil wir zu Auslastungen gefahren haben. Was? Was? Deren andere Webseiten anscheinend auch, äh, kompromittiert wurden. Äh, ich bin jetzt gerade dabei, äh, mit, äh, wir können das ja ruhig mal sagen, mit Alpha Hosting zu, äh, kommunizieren und ich hoffe, dass das schnellstmöglich wieder geht. Ach, du heilige Scheiße. Konnten sich denn schon Leute registrieren und konntest du schon Keys verschicken? Das ist eine sehr wichtige Frage ist. Ne, bisher konnte ich keine E-Mail schicken. Jetzt kommt man ja nicht auf die Datenbank, ne? Genau. Ich komme jetzt momentan auf keine einzige meiner Domains. Das ist ja natürlich ein Traum. Was ungefähr zehn Domains sind. Das ist ja natürlich ein Traum. Super. Ich gucke mal ganz kurz die andere Domain vom, ist die auch down? Ne, die geht. Okay. Dann ist ja, das ist die wichtigste. Der Domian ist nicht down. Ne, das ist gut. Der Domian, der macht immer ein und nacht. Die ist nicht bei Alpha Hosting, aber Metal-Demos, ne? Ah, okay. Es gibt natürlich auch noch andere Server-Aus, wie zum Beispiel jetzt. Naja, komm, wir machen einfach mal weiter und zwar mit dem Gewinnspiel, während der Manuel da rumfummelt und probiert, LVT Live wieder zu aktivieren. Denn wir hatten ja in der letzten Woche ein cooles Gewinnspiel mit Dinos und da hat der Gronkenpaar Leute gezogen, ein paar tolle Einsendungen haben wir bekommen. Alter, es gab so viele Einsendungen. Es werden immer mehr Einsendungen. Erstmal vielen, vielen, wirklich vielen lieben Dank an alle, die teilgenommen haben. Es war eine unglaubliche Resonanz wieder. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, weil Dinos malen ist halt was anderes als Strichmännchen oder mal den Sarrazar, diesen hässlichen Vogel, weißt du? So ein Dino ist schon ein bisschen... Alter, dein Mund stinkt auch wieder. Da schält sich die Tapete dran. Welche Tapete? Hier ist doch gar keine. Ne, sag ich ja, die hat sich schon geschält. So. Pass auf, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Einsendungen bekommen und das Problem ist, es ist wirklich immer extrem schwer für uns, da irgendwelche Gewinner zu ziehen. Immer. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein, alle sind die Besten, alle sind Gewinner-Scheiß, sondern ganz ehrlich, es ist echt schwer. Es ist echt schwer. Man muss es einfach sagen. Hier haben wir schon den ersten, der Allotag-Saurus, der kam gerade eben quasi noch rein. Mit Krusti hier unten übrigens, sieht man das, Krusti? Sehen wir aber schon gleich nochmal ein Close-Up. Close-Up, Close-Up, Close-Up. Sag mal, hat der Krusti da Zigaretten drinne? Ich glaube, das sind Beine. Ach so, das sind Beine, stimmt. Das sind Beine. Ach klar. Zigaretten hat nur Biggie Smalls. Genau, Biggie Smalls. Ja. Also wer den Trailer vielleicht noch nicht gesehen hat, der kann sich natürlich noch reinziehen. Der raucht aber auch Kette, der Biggie. Der Biggie, die ganze Zeit eine Fluppe im Mund und dann den Chick, dann den McChick. Unter dem Tisch. Ja, unter dem Tisch. Ey, da liegt ein McChick. Mach den Flurry aus dir. Da liegt ein McChick unterm Tisch. Beine hätte ja der Sarraza, der eigentlich der echte Sarraza ist. Genau, der echte Sarraza hätte beinahe. Also dieser Sarraza. Hier hätte beinahe Krusti erledigt. Unseren Armen. Ach komm, hier Krusti. Ach komm, wie süß. Willst du eine Batterie? Willst du eine Batterie? Na komm, wir machen mal weiter. Okay, weiter geht's. Hier haben wir den Allotag-Saurus. Zeig doch mal. Genau, hier geht's dann, huch, da geht's dann weiter mit der LPT-Seite. Hier haben wir noch was von Valérie. Ein lustiges Bild. Wir zeigen erstmal ein paar Bilder. Valérie, schöner Name. Genau, ja, findste. Frau, du bist ja heute die Frau. Du wurdest heute als Frau angesprochen. Übrigens, fällt mir gerade ein. Schön, als der Dings uns abgeholt hat. Genau, als wir abgeholt wurden, wurde der Sarraza erstmal als Frau angesprochen. Ja, nicht als Frau angesprochen. Ja, eine junge Frau hat auf eine Frau gewartet. So, hier, von der lieben Lena. Irgendwie ein Dinosaurier im Hansfeld. Ich bin scheiß, ey. Frau Sarraza, bitte seien Sie doch jetzt mal handzahmen. Das fand ich auch extrem geil, ja. Biggie Smalls, Chick, Sinan, Chuck, Krusty und Freddy, Vorfingers, Frisch von Kasi. Die Schildkröten-Gang fand ich sehr, sehr geil. Muss man einfach auch mal zeigen. Fand ich super. Ist jetzt nicht wirklich Dinosaurier-mäßig, aber muss man trotzdem zeigen. Nee, muss ich auch. Es ist wert, mal das zu zeigen. Genau, genau. Hier geht's weiter mit der Jana, mit Sturzflug 17. Ich glaube, das sind wir in Dinosaurier-Kostüm, glaube ich zumindest. Wobei du auch hier sehr weiblich aussiehst. Es entwickelt sich doch langsam der Trend zum Femininen bei dir. Muss ich, tut mir leid, muss ich einfach mal sagen. Aber auch gerade in heutigen Zeiten muss man als echter Macho auch mal natürlich so tun, als hätte man eine weibliche Seite. Ich bin verständnisvoll Schlampe, ja. Verstehst du? Siehste, da sagt er wieder, nix, weil er seine Tage hat. So. Wenn du so weitermachst, esse ich gleich Krusti aus Rache. Alter, das machst du nicht. Was mache ich? Das machst du nicht. Das mache ich, ich will zu sehen. Ich werde Krusti essen. Nein, das wirst du nicht. Lass Krusti holen. Du hast den letztens beim Trailer auch schon angeknabbert, dann musst du den wieder flicken, ey. Ich hab den gar nicht angeknabbert. Du hast den angeknabbert. Ich hab das Beweisfoto. Manuel, haben wir das Beweisfoto, dass der Krusti angeknabbert hat? Ja, natürlich. Ja, siehste. Aber was keiner weiß, dass eigentlich Manuel den Krusti angeknabbert und aufgegessen hat. Das war nur der Ersatzkrusti. Das war Stuntdouble. Stuntdouble, genau. Das war einfach Stuntdouble, weil der andere sah so mitgenommen. Komm, wir machen jetzt mal mit den Dinos weiter. Da weiß ja auch keiner rein. Jetzt war genug gekrustet. Hier hat man den nächsten Dino gerade von der Jessica. Hier sieht man das gerade. Auch hinten wieder Sarah Zarr als Frau. Entschuldige bitte. Entschuldige bitte. Natürlich bist du das. Das bin doch nicht ich. Ich erkenne dich an deinem Knochen im Haar und an deinem dünnen Schritt. Das ist doch nicht ich. Natürlich bist du das. Das ist die von Valeric, die My Last Boy. Hier, Alter, hier. Siehst du doch. Da hast du zumindest noch einen Bart. Wie dann wurde ja auch glänzt einfach. Das ist einfach ein Traum. So, pass auf. Weiter geht es. Du hast doch eine schöne Boxershorte. Gut finde ich aber auch die Sprechblase. Huch, die Sprechblase habe ich gar nicht. Achso, my arms too short for face palming. Das stimmt natürlich. Gut, ich muss aber weitermachen. Wir müssen uns mal ein bisschen zügig beeilen. Hier vom Martin. Ein riesiger LPT-Saurus in Meinschaft nachgekauft. Geil. Muss man auch mal zeigen. Einfach, weil auch da viel Aufwand hinter steckt. Man sieht es, glaube ich, gerade gar nicht so. Hat der Martin sehr gut gemacht. Ja, ja, hier haben wir noch von David Kleber haben wir noch eine Menge Origamisaurusse. Was ich auch sehr, sehr geil fand. Und das waren nicht die einzigen Origamisaurusse. Da kommen wir gleich noch dazu. Und hier haben wir noch, ich weiß nicht genau, was es ist. Jasmin hat uns das geschickt. Ein Dinosaurier auf jeden Fall mit unzählig vielen Schuppen. Pickeln? Pickelschuppen? Schuppen. Auf jeden Fall Schuppen ohne Ende. Hätte mal das neue H&S genommen. So, weiter geht's. Und hier, äh, die Clarissa, schon wieder der Sarraza als, äh. Jetzt hört's aber auf. Also langsam, es tut mir auch selber leid. Da bin ich doch keine Frau gewesen. Es tut mir sehr, aber zumindest, äh. Da bin ich einfach der Sarraza. Guck's dir doch mal an. Du machst wohl Tomaten auf deinen Augen, ey. Ja, na gut, aber du siehst doch feminin. Was haben die denn von dir auf den Dreh gemacht, ey? Die haben mir die Augen geöffnet, was dich angeht einfach. Als du da wieder ein Bikini rumgelaufen bist. Endlich seh ich mal klar, weißt du? Also, wenn der feminin aussieht, ja, dann bist du ja, weißt du. Also, zumindest, zumindest seh ich halt sehr schüchtern aus. Das ist ein Reinhold Messner. Zumindest, ich seh halt sehr schüchtern aus, so wie's halt ist. Müssen wir gar nicht schreiten. Aber jetzt hat er eine Fliese auch nicht mehr passt, ne? So genau. Ja, stimmt, ja. Du bist ja jetzt fast akkurat rasiert und nicht mehr so langhaarig. Das Lustige ist, ich war beim... Du siehst ja nicht mehr aus wie ein Penner einfach. Ich war beim Friseur und die Theo, ne? Die machte die Haare und so und die meinte dann das Erste, was sie gesagt hat. Wo warst du in den letzten sechs Monaten? Die Theo können wir mal grüßen, ne? Hast du im Dschungel gelebt. Dann guck dir auch mal mit. Ja, liebe Theo. Hallo. Hier. Theodora. Ja, die hat gesagt, oh Gott. Wo warst du in den letzten sechs Monaten? Ja, genau. Warst du im Dschungel verschwollen? Unter der Brücke. Weil ich war auch mit so einem Bart da reinkommend, so einen Haaren. Unter der Brücke. Das sah einfach aus wie... Ja, so sah es auch wirklich aus. Ja, du warst ja auch unter der Brücke. War ich ja auch. Das wissen ja die wenigsten. Aber ich hab WLAN. Das ist alles, was zählt. Das ist alles. Hauptsache noch Folgen haben. Ich mach mal schnell hier, weil... Ja, mach mal weiter. Das nachgestellte Bild. Das wollte ich einfach mal zeigen, weil ich es lustig fand. Das ist wieder von der Kasi. Alter, das ist ja unglaublich. Die Kasi ist richtig angesprochen. Geiles Bild. Auch sehr geil. Frikadella und der Slendermansen Popensen. Da gibt der Slendermann Angst, wenn der Frikadellerschlempel hinterher ist. Alter, stell dir mal vor, die ist im Wald hinter dir her. Aber da blieb die Erde. Das ist so ein bisschen Jurassic Park mäßig. Ja. Mit dem Wasserglas. Ja, und dann können wir noch den Gronchosaurus reinbringen. Und den Rex Sarraza oder wie er da heißt. Ja, 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 ja. Das wäre doch eine Idee, Freunde. Das wäre doch eine Idee. Rex Gildoing. So, weiter geht's mit... Weiter geht's mit mir. Ach Gott. Na ja, komm, das ist süß. Du siehst da irgendwie voll weiblich aus. Das ist süß. Ja, da aus der Nummer kommst du nicht raus. Sag mal, dein Frauenbart irritiert mich irgendwie. Ich sehe eher jünger aus und ich habe große, große Pupillen. Vielen Dank an dieser Stelle an die Emily. Große Pupillen, was hast du denn wieder genommen? Ich schnüffle Patex und andere Klebersorten. Deswegen hast du nur zweieinhalb Herzen. Ja, natürlich, natürlich. Das halbe Herz geht immer für Drogen drauf. Nein, natürlich nicht. Macht keine Drogen. Ne, böse. Oh, das ist geil. So, von der Valentina übrigens. Der Vorname hat dir gefallen. Die ist mir super sympathisch. Auch ein sehr, sehr geiles Bild. Wir müssen uns auch ein bisschen sputen, habe ich das Gefühl. Ja. Wir müssen zu viel Zeit verbraten. Wir müssen auch Patman spielen nachher. Ja, wir müssen aber erstmal noch Minecraft am Start. Ja, das ist ja auch geil. So, von der Dorothea. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Wie cool wir da chillen, ne? Ja, wie immer halt. Einfach mal so auf dem T-Rex. Mit unserem Homie TR. Hat die Dorothea echt gut gemacht. Tracks. Weißt du, was mich wundert? Eigentlich. Dass bei den Einsendungen fast immer mehr Frauen dabei sind als Männer. Also oft. Aber ich glaube, die zeichnen auch mehr. Die zeichnen mehr. Obwohl wir eigentlich insgesamt ja deutlich mehr Männer haben, die diesen Stream gucken. Das finde ich immer interessant. Echte Männer. Ne, mal einen Daumen hoch für die Mädels hier, die ja mitschauen. Finde ich super. Muss man einfach auch mal sagen. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Achso. Ja, muss man einfach mal sagen. Ne, muss man echt mal sagen. Dass wir bei einer Gaming-Sendung sagen, wir haben ja immer Mädels zocken ja nicht. Das haben wir widerlegt. Jetzt kommt das krasseste Bild, oder eins der krassesten Bilder von Maddens Art. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hammergeil. Alter, das ist schon, das ist schon klar. Ist das von ihm? Das ist von innen, ja. Hammergeil. Das ist schon richtig krass. Natürlich mit dem Blut FSK 18. Und so müssen wir natürlich das Blut grün färben. Alter. Das sind nämlich Killer-Zähne. Weil mit Zähnen kann man Menschen umbringen. Warst du wieder beim Zahnarzt, ne? So wolltest du dir die auch auch machen lassen. Ja, wollte ich auch. So abschleifen, wie dieser Katzenmensch da. Ja, genau, genau, genau. Und dann noch so komische Schlitzaugen hier. So komische Billen-Augen. Warte mal, du hast ja was am Zahn machen, so. Tüftelchen. Ne, warte. So. Okay, warte. Weiter geht's. Das hier von der Marie de... Marie de... Marie de... Marie de... Fand ich auch sehr geil gemalt. Muss man einfach mal sagen. Das sieht eigentlich so aus dem Lehrbuch oder so. Das sieht echt ziemlich krass aus. Das ist schon... Das ist doch so ein Megasaurier, ne? Ja, ich glaube. Aber da sieht man ja auch, was wir letztes Mal angesprochen haben, dass die Saurier zu Vögeln wurden und andersrum. Das stimmt. Und es ist ja widerlegt worden, dass alle Saurier auch Schuppen hätten oder so, wie Echsen aufgebaut sind von der Haut, sondern viele hatten auch einfach Gefieder. Das ist nachgewiesen. Das mag sein. Lass das euch gesagt sein. Wieder ein schlaues Wort. Du hast übrigens ein Haar auf der Brust. Oh. Lässt du schon... Hast du die extra hingelegt? Die wächst durch, die Brustbahn, weil ich so männlich bin. Ja, komm. Ich wollte gerade sagen, extra so fake, weil wir hier die ganze Weiblichwitze haben. Ich hab meine Brüste doch weg reparieren lassen. Hast du ein Haar auf der Brust. Jetzt bist du ein Bär. Ich hab die Haargrüste 0. Die Laura Nickel hat uns übrigens auch Origami-Dinosaurier nicht nur gefaltet, sondern auch geschickt. Und dafür muss man einfach mal sagen, dafür wollten wir uns bedanken. Die sind hier vorne gerade. Hier sieht man auch ein paar. Die sind leider ein bisschen zerknittert wahrscheinlich während dem Transport, aber man kann es mal so sehen. Und das war auch eine Heidenarbeit mit den Origami-Dinosaurier. Die haben ein paar hier aufgestellt. Hier ist auch noch eine. Die Dinosaurier sind deswegen ausgestorben, weil die scheiße mit DHL verschickt wurden. Also DHL hat da wieder... So. Von wegen Jokatan-Meteoriten-Einschlag. Nee, das war einfach, genau. Die deutsche Post. Die sind einfach scheiße mit dem Paket umgegangen und dann hast du sowas. Weißt du, die Dinosaurier ausgestorben. Da haben die sich aufgeregt. Wie ärgerlich auch. Wie ärgerlich. Aber die mussten dafür auch 10.000 Euro zahlen damals. Lassst du noch mehr Bilder kommen? Ich hab auch noch mehr Bilder. Zack, wir haben nicht wenig Zeit. Die Zeit links. So, natürlich. Und das hier fand ich auch sehr geil übrigens. Hier mit den Dinosauriern und wo wir dann quasi vor den Laptop sitzen. Alter, es ist einfach unglaublich schwer zu sagen, wer da jetzt gewonnen hat. Rosa Lindh. Wieder eine Frau übrigens, die Rosa Lindh. Und an dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön. Ey, der links ist das nicht so einer, der bei Jurassic Park so gespuckt hat? Ja, genau. Der hat mir immer Angst eingejagt haben, als ich klein war. Auch heute noch. Ja, dir ja. Erinnert mich an deine Tante irgendwann Petrella. Nee, das ist Manuel. Genau, die macht das auch immer so. Die hat auch immer so einen großen Kragen. Kommt zu spät. Ja, der Manuel wird dann richtig ruppig, ne? Der wird richtig ruppig. Der wird dir richtig rumpelig. Alter, der macht ja mal First-Person-Shooter. Wenn man 10 Minuten zu spät kommt, legt der ja sofort First-Person-Shooter hin. Das Problem ist allerdings, wir kommen häufig 10 Minuten zu spät. Heute auch zumindest. 10 Minuten? 10 Minuten. Wir kommen nur 10 Minuten zu spät. Und jetzt müssen wir leider auch zum nächsten Bild kommen schon. Ja, leider. Schreibt mal schnell die Box ab. Genau. So, und hier noch das Überbild von der lieben Sarah. Alter. Das ist einfach das Killer-Bild. Normal. Das mach ich jetzt auch mal ganz, mach ich jetzt auch mal größer. Und normal, geil. So. Und auch, also das Bild, das muss man erstmal feiern. Das muss ich mal ganz kurz nochmal lassen. Liebe Sarah, vielen, vielen lieben Dank. Äußerst eindrucksvoll, muss man sagen. Super imposant. Das kann man in der Galerie. Das ist der Kracher. Das kannst du echt machen. Also viele von denen. Ich muss sagen, echt geile Arbeit, Leute. Hammergeil. Also wirklich ernsthaft. Daumen hoch, zwei Daumen hoch, vier Daumen hoch. Gut ab, fünf Daumen hoch, wie immer. Und der 10 noch. Komm, wir halten die 10 schnell mal so hoch. Das sieht man jetzt nicht. Ich hab schon drei Daumen, das muss reichen. Okay. Drei Daumen. Der eine da unten. Das kleine Daumen. Der kleine Daumen da unten. Mit den hohen Fingernageln. Mit der Hose. Worms. Wirf die Granate, wirf die Granate. So. Okay, pass auf. Wir haben doch mal eine Granate hier. Wo ist die hin? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Großes Thema. Was macht der eigentlich hier unten? Der ist doch so cool. Den will ich gerne hier vorne sehen. Achso, den kannst du ja gerne. Stell doch mal einfach hin. Der ist ja auch extrem geil. Der ist aus Stahl. Stahl. Echte Männer. Ich möchte noch mal ganz kurz eine Gedenkminute für meine alte Frisur einlegen. Können wir das ganz kurz noch mal machen? Ach, ist es so schön. Damals, das waren Zeiten damals, als ich noch längere Haare hatte. Leicht länger natürlich nur. Ich muss sagen, verdammt gut eingebunden. Ich hab das Bild gefeiert. Ich musste so lachen. Ich hab es einfach mal heimlich mit in die Bilder. Dinger aber mit reingeballert. Weil so war das damals. Heute ist jetzt alles kurz. Einfach um meine imposante Männlichkeit zu unterstreichen. Ey, wie war das mit den Frauen eben gerade? Lovely, girl. Ich bin so männlich. Ich kann das tragen. Ich hab da nur meine Brusthaare hochgeklemmt, Alter. So eine Samson-Brust, weißt du? Das Schlimme ist, das stimmt. So eine Chewbacca-Bruste einfach, so ein Flucati, Alter. Habt ihr auch so ein Flucati auf der Brust? Guck mal, hier hinten, das sieht ein bisschen aus wie Margarete Schreinemarkers. Guck mal hier. Guck mal, wenn man das so zeigt. Hier, so. Kann man da vielleicht mal auch in die Nase. Iiii, schreiben die Leute hier. Oder geil. Und Gronke ist so sexy. Und ha, ha, ha. Steht eben nicht. Guck mal, ich popel mir gerade selber in der Nase. Das ist einfach schnuckelig. Ne? Ich würd auf jeden Fall so im Radius von 20 Meter um dich rum gehen. Das machst du ja auch so. Weil ich einfach so heiß bin. Ich hab mir einen neuen Move-Controller. Okay. Fangen wir mit dem Gewinner jetzt mal an. Wer gewinnt? Gewinner, die letzten drei Bilder, dachte ich mir. Also einmal das Origami fürs Zusenden, Pipapo. Wollte ich einmal mal machen. Ja, find ich gut. Dann hab ich hier noch ganz kurz hier, das hier. Find ich auch super. Nimmst du ab? Und das hier auf jeden Fall. Das nimmst du einfach. Und ihr lieben Gewinner. Ja, ihr schickt bitte genau eine Nachricht an Facebook, LPT Live. Einfach auf unsere Facebook-Seite oder Let's Play Together. Darin wird's gerade nochmal eingeblendet, liebe Freunde. Und da bitte aber auch direkt eure Adresse mitschicken. Und zur Belohnung erhaltet ihr dann von einer netten jungen Dame. Primal College. Genau. Primal College. Und nochmal ein ganz großes Entschuldigung an alle, die nicht gewonnen haben. Leider haben wir immer nur so wenig. Eigentlich müssten wir eine Tüte Gummi... Ich find's aber auch einfach cool, das auch alles mal zu zeigen. Also wir zeigen ja, wie gesagt, wir können leider auch nicht alle Einsendungen. Da sind natürlich noch viel, viel mehr dabei. Und viel, viele coole Bilder. Guckt doch einfach auf die Seite nochmal bei Facebook drauf, falls ihr euch interessiert, für die Dinos. Auf jeden Fall wieder richtig geil mitgemacht. Und dieses Mal haben wir wieder ein tolles weiteres Gewinnspiel. Boah, Alter, das wird immer krasser hier. Jetzt haben wir hier nämlich... Klamöttchen. Heute gibt's was zum Anziehen. Stimmt. Heute gibt's ein Kostüm. Ein Kostüm. Winter wird's in Deutschland. Es wird kalt, muss man sagen. Und gerade im Winter, viele erfrieren einfach auf der Straße. Plötzlicher Schockmoment, weil auf der Straße festgefroren. Keiner hilft. Pam, tot. Kennen viele. Haben auch schon viele Familienmitglieder verloren. Spontanerfrierung in der Fußgängerzone. Wir wollen was dagegen tun. Wir wollen uns aktivieren. Wir haben vorgesorgt. Und deswegen verlosen wir. Ich bin mal kurz aus dem Bild. Wir verlosen... Alter, hier fliegt schon wieder alles durcheinander. Weil das so viel ist. Leider reicht mir das auch niemand rein. Deswegen muss ich das mal alles hier auf den Schoß nehmen. Ach, das ist schön. So, ich nehme mich alles mit nach Hause. Wir verlosen eine Menge Kladderat... Da ist schon wieder was runtergefallen. Meine Shorts. Das waren meine Shorts. Die verlose ich aber auch heute. Oh, die Boxershorts von Grom könnt ihr heute gewinnen. Würde ich aber euch nicht empfehlen. Also lass es lieber sein, macht nichts mit. Die ist used. Alter, four weeks used. Nee, wir müssen uns mal beim Masterbrand bedanken. Die haben uns nämlich die ganze Sache zugeschickt. Und die machen richtige Gamer-Klamotten. Aber ein bisschen anders. Aber nicht so ein... Nicht so ein Schischi. Genau. Alter, ich hasse diesen Spruch. Kannst ja mal zeigen den Kram. So, pass auf. Und zwar... Heute gibt es drei Preise. Drei Gewinner gibt es für nächstes Mal für das Gewinnspiel. Hier haben wir ein Runes of Magic-Shirt. Wir haben es nicht ausgepackt. Das kann man gar nicht so sehen, weil das hier so glänzt. Hallo. Ist geil. Und das gibt es zusammen mit dem Uncharted Jacket... Nee, Jacket. Nein, das ist eine Jacke. Eine Jacke ist das. Uncharted-Jacke. Eine echte Uncharted-Jacke, die man aber auch mal so tragen kann. Genau. Die ist jetzt nicht so mega Uncharted gebrandet, sondern eigentlich echt alles recht dezent. Aber cool. Also es ist alles nicht so nerdig, sondern man kann es echt tragen. Ich habe sogar... Eine Sache davon habe ich schon mal getragen. Also nicht die eingepackten, aber eine habe ich halt auch. Die Resident Evil-Jacke hast du zum Beispiel. Die habe ich auch. Die habe ich noch nicht getragen, aber das kommen wir gleich zu. Naja, auf jeden Fall Uncharted, wer sich wie Nathan Drake fühlen will, hier. Können wir gewinnen? Nathan. Nathan Drake. Der Jonathan. Das Ding ist einfach. Sollen wir das so machen, dass wir diese Sachen verschicken einfach? Oder sollen die User bei dem Gewinnspiel nachher schreiben, was sie am liebsten haben wollen? Boah, das wird knifflig, weil wenn viele das gleiche haben wollen, dann sind wir natürlich am Arsch. Deswegen, wir müssen es eigentlich... Da müssen wir immer einen, das beste Bild von dem, was natürlich sauschmier ist. Wir müssen es random machen. Geht leider nicht anders. Ja, random. Das wird nicht anders funktionieren. Na gut. Ja, tut mir leid. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine richtig geile... Das ist die Resident Evil-Jacke, ne? Resident Evil. Die ist richtig geil, die habe ich auch zu Hause. Die kann man wirklich auch mal so tragen. Das ist so eine Jeansjacke. Ich halte das hier mal so hin. Und da gehört aber das Shirt zu. Man kann das jetzt gar nicht so sehen. Achso, und da gehört das Shirt, was runtergefallen ist, zu. Das ist noch ein Runes of Magic Shirt. Das habe ich übrigens auch schon mal angehabt. Also nicht das hier direkt, sondern das habe ich jetzt nicht vollgeschwitzt oder so. Hat es auch schon beim Livestream an, glaube ich. Genau, das hatte ich mal beim Livestream an, wenn ich mich richtig so nicht glaube. Oder war das bei der Gamescom oder ich weiß es nicht genau mehr. Auf jeden Fall hatte der Gronkh das schon mal an, also eine ähnliche Sache wie diese. Genau, kann man tragen. Damit da jeder reinschlüpfen kann. So, jetzt eigentlich, das muss man sagen, das ist eigentlich das Beste. Ja, finde ich persönlich. Ich fange erst mal mit dem an. Man sieht es aber leider nicht, weil das ist noch so eine Schonung, ein Schoner vor. Genau, das ist ein Streetfighter vs. Tekken Shirt. Das ist übrigens XL gerade. Ist alles L oder XL. Man sieht es leider nicht, weil das hier so glänzt, weil das hier so reflektiert von den Scheinwerfern. So sieht man es ein bisschen. Und dazu noch den fetten, geilen, die fette, geile Hoodie hier. Auch Streetfighter vs. Tekken mit Kapuzenpulli, Pipapo, alles Tralala. War ziemlich geil, ziemlich hoch, also sehr hochwertig. Wenn ihr das haben wollt, was muss man machen? Lieber Sarah, bitte verraten uns. Ja, wir kleiden euch heute ein auf jeden Fall. Ihr schickt einfach ein Nacktbild an. Spaß, Spaß zu der Seite. Nö, finde ich super. Also einfach ein Nacktbild auf Facebook posten. Also wenn Nacktbild schicken will, kann gerne posten. Nein, war natürlich ein Witzchen. Wir wollen eure alten Klamotten sehen. Zieht euch die ältesten, verransten Klamotten an. Ihr habt postet ein Foto und der, der wirklich es dringend nötig hat, zum Beispiel wie Gronkh noch vor kurzem unter der Brücke gelebt hat, dem werden wir dann diese Klamotten schenken. Denn wir haben ein Herz für echte Menschen. Je mehr Penner, desto mehr Gewinne. Ja, weiß nicht. Bevor du in die Altkleidersammlung gebt, die Klamotten, was man ja eigentlich tun sollte. Ja, einfach mal. Gibst du deine Klamotten in die Altkleidersammlung? Ich mach das immer und ich finde das auch eine gute Tat. Also ab nach Afrika damit, die ja dort verkauft werden übrigens. Das ist eine ganz große Katastrophengeschichte. Nee, finde ich, das ist keine große Katastrophe. Das ist teilweise schon, was da rausgeholt wird. Alter Schwede. Ja, aber die werden ja sehr günstig verkauft. Sonst würde man aber komplett den Markt zerstören von Leuten, die wirklich Klamotten da verkaufen. Das ist die Krux an der Geschichte und deswegen werden die Sachen da verkauft. Schwierig. Ist eine sehr schwierige Thema. Aber es wird viel aussortiert und einfach... Können wir ewig drüber diskutieren. Werden wir auch. Naja, auf jeden Fall gibt es das zu finden. Wo immer. Ihr macht natürlich auf unserer Facebook-Seite unter facebook.com slash lptlive. Hier wird es mal wieder eingeblendet zum 80.000. Mal heute, glaube ich. Und da könnt ihr dann das Bild posten. Ja. Hier noch eine andere Sache. Ich habe jetzt gerade eine Mail bekommen von meinem Hoster. Oh, jetzt wird es spannend. Das ist ja heute, Alter, so eine richtige Story heute. Sehr geehrter Herr Rumpel, da das extreme Besucheraufkommen die Funktion des Servers beeinträchtigt, ist eine erneute Aktivierung leider erst möglich, wenn der Besucheransturm nachgelassen hat. Bei einer jetzigen Aktivierung würde das Problem sofort neu bestehen und eine neue Deaktivierung zur Folge haben. Für ihr Projekt wäre bla bla bla. Wir verstehen ihren Unmut. Bla bla bla. Können den Account aber leider unter den derzeitigen Bedingungen nicht aktivieren. Ich habe jetzt gerade einen Facebook-Post rausgehauen, wo die Leute darauf antworten können und ihr könnt einfach eine Privatnachricht vielleicht mit der IP dann an diese Leute rausschicken. Wir? Ja, wie soll man das schaffen, Alter? Wir anderen 30 Leute. Das ist ja super für die Sendung. Wenn wir jetzt 30 Leute, das ist clever, Manuel. Das wird clever. Vielleicht machen wir das zu dritt, dann schaffen wir das auch. Ich glaube nicht, dass das... An wie viele Leute ist denn das insgesamt heute? Das ist egal. Wir können ja einfach 10 einladen. Also so viele, wie es halt geht. Okay, müssen wir mal gucken. Wir müssen da ein bisschen improvisieren, weil der Manuel seine Serverrechnung nicht bezahlt hat. Nein, Quatsch. Weil der Server leider abgeraucht ist und der Provider hat dann die Seite leider gesperrt. Alter Schwede. Ich mache mal gerade einen Post bei LPD Live. Wir müssen dem Manuel mal einen eigenen Server kredenzen. Hast du schon gemacht? Hast du schon? Achso, super. Der Post ist schon auf LPD Live online, Saratza. Achso, hast du schon gemacht, super. Krass. Ach ja, gibt es ja schon hier 78 Kommentare. Ich gerne. Julian Schulze, der ist auf jeden Fall dabei. Wie heißen die Klamottenseite nochmal? Hier wird gerade ganz sehr oft gefragt. Masterbrand. Master. Master. Musterbrand. Musterbrand wird das geschrieben. Ach, Musterbrand wie Muster das brennt. Masterbrand. Brand. Masterbrand. Brand. Musterbrand. Hat nichts mit Brandwein zu tun oder so. Ist aber ganz witzig. So, was wird denn hier in der Community geschrieben? Ja, ich würde mal sagen, Leute, diesmal müssen wir ein bisschen umstrukturieren. Es geht wieder drunter und drüber. Das ist natürlich so eine Sache. Guck mal, lachen Sie uns aus. Wir müssen unbedingt, lieber Manuel, wir werden dir einen Server kredenzen. Ja, ich muss da mal mit meinem Hoster reden. Aber bitte unblutig. Bitte diplomatisch. Nicht wie sonst immer, ja? Bitte kein Aggro-Rage. Oh mein, epic fail. Ja, da hast du recht. Auf jeden Fall. So was passiert. Das Problem ist, nur ihr habt die IP gerade oben. Die habe ich hier nicht unten stehen. Ich habe eine leise Vermutung. Das wäre dann, wenn wir mal ganz klar jetzt die Option. Wenn wir einfach uns einloggen und dann die IP posten nachher, sobald wir drin sind. Dann kann jeder, der zuerst mal... Nee, der ist doch irgendwann voll. Ja, aber trotzdem die Connects. Ja, ich weiß nicht, ob das den Server raushaut. Ich kann jetzt nicht... Ja? Wir können auch das ausprobieren, wie du magst, aber... Lass uns gleich mal ausprobieren. Ich würde sagen, wir spielen jetzt aber erstmal das, worum wir eigentlich hier sind. Genau, genau, genau. Das würde ich auch sagen. Und zwar eine Runde Minecraft. In der Zeit kannst du ja nochmal ein bisschen weiter eruieren oder vielleicht mal ein paar Dinger schon versenden. In der Zeit sorgen wir dafür, dass hier ein bisschen Minecraft gespielt wird, denn wir haben heute ein richtig fettes Special eigentlich. Wir haben eine Premiere eigentlich, ne? Eine Premiere. Also muss man sagen, wir spielen heute gar kein Minecraft, wir spielen ja Farcraft. Farcry und Minecraft kombiniert. Das bedeutet, wir spielen ja eine Farcry-Map, die auch jetzt erst in den nächsten Tagen rauskommt. Am 26. Oktober kommt die erst raus. Ich hab mich ja informiert sogar. Ja, und Farcry kommt auch dann um den Dreh raus. Nee, Farcry kommt im November raus, ne? 31. Du bist der Shooter-Profi. Ende November kommt Farcry raus. Medal of Honor am 25. Soweit ich weiß. Und am 31. Assassin's Creed. Beides Titel, die ich auf jeden Fall zocken werde. Farcry werde ich mir ebenfalls vorknüpfen. Könnt ihr beim Sarazard-Channel alles euch reinziehen danach. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht hinaus. Denn wir werden ja Farcry 3 jetzt praktisch im Minecraft-Look zocken. Genau, genau, genau. Da kann man sich schon mal einen Eindruck vom Spiel machen. Es ist natürlich jetzt nicht die echte In-Game-Grafik von Farcry 3. Da sind wir uns alle einig. Aber auf jeden Fall, wenn wir uns ganz kurz hier auf den Monitor schalten, man sieht es schon im Hintergrund. Der Sarazard ist gerade draußen. Hallo, Lümmel. Ja, und die liebe Annik von Ubisoft hat uns das Ding zugeschickt. Denn die Lungs von Ubisoft haben sich nicht lumpen lassen. An Annik übrigens mal ganz liebe Grüße. Die hat mir auch auf der Gamescom damals den Arsch gerettet, kann man sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ganz liebe Grüße. Alter, ich komme ja nicht aus der Tür raus. So, jetzt aber. So, dann wollen wir doch mal ganz kurz das Inselchen hier bewundern. Der Sarazard ist schon ein bisschen vorausgestürmt. Und wir müssen aufpassen, weil Creeper und das ganze Geschmeiß, der Sarazard fliegt jetzt ein bisschen. Ich möchte mich aber ein bisschen erstmal durch den Dschungel schlagen, bevor ich losfliege. Ich möchte so ein bisschen das Farcry-Feeling hier mit meiner Machete mitnehmen. Wo geht's denn hier lang? Da kommt man hier rein, direkt ins erste Häuschen. Das ist ein bisschen mit Spinnweben versehen. Hier Lagerraum. Aha, aha, mit lauter Kisten. Das könnte man natürlich abbauen. Wir laufen hier einfach mal ein bisschen durch. Die Karte gibt es samt den Texturen. Extra Texturen gibt es auch für diese Map. Die sind extra angefertigt und so weiter und so fort. Die könnt ihr euch dann, wenn das Ding erscheint, natürlich kostenlos herunterziehen und dann quasi Farcry 3 in Minecraft nachspielen. Oder auf dem Server gegeneinander, PvP, wie auch immer. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht. Ich laufe hier gerade mal so einen Dschungelfahrt entlang und werde sofort von Creepern scheiße. Ja, rennen wir euch weiter. Ich kann aber mal drüber fliegen. Dann kann man das vielleicht nochmal sehen, hier gerade bei mir. Ich fliege gerade mal über die Karte und ihr seht, das ist komplett nachgebaut. Also dieses Demo-Level von Farcry haben sie komplett nachgebaut. Und dann diese Anfangen mit dem Schiff und so. Bei Farcry 3 werden wir auch auf so einer Insel landen. Farcry 3 allerdings ab 18 diese Karte. Oh nein, oh nein, oh nein, hier sind Eingeborene und eine Spinne. Oh nein, oh nein, oh nein. Hier, die Bösen greifen an mit Hoodies. Alter, Gangster-Shit. Alter. Meine Machete macht leider nicht so viel Schaden. Ich brauch auf jeden Fall noch eine Wumme irgendwo. So, die hab ich abgeräumt. Da sammle ich erstmal Knödel ein und Blutpilze. Ich weiß nicht genau, was das jetzt ist hierbei. Alter, die Creeper haben ja auch einen Sensor-Range. Also die sehen mich schon aus ganz weiter Entfernung. Ich schlag mich jetzt hier weiter durch den Dschungel, während Sarazar noch ein bisschen durch die Gegend fliegt. Gehe ich hier tief in den Dschungel rein und versuche quasi zu überleben. Ach hier, das ist ja auch geil. Aus dem Zaun einen Baum gemacht. Das ist auch ganz nice. Und ich muss ja auf jeden Fall aufpassen, da sind überall Palmen und Buschwerk. Da oben fliegt der Sarazar, ich seh den gerade und der hat eine Höhle entdeckt oder irgendein Häuschen, da wollen wir gleich mal hingehen. Das ist so eine Hütte und das ist auch ein Creeper. Müssen wir ein bisschen aufpassen, gerade vor Creepern natürlich. Wir können die aber zusammen besiegen. Ich hab leider gar keine Waffe, Alter. Huch, hinter mir ist gerade einer. Alter, Alter. Schön, dass wir die ganze Map direkt mal zerstören zur Begrüßung. Aber was haben die Creeper hier bitte schon für ein Damage-Radio? Ist das ja unfassbar. Ich komm hier gerade nicht durch die Tür rein, ich hab die mal aufgeschlagen. Ach guck mal, hier sind auch Eingeborene. Hey, du Blödmann. Ich geh mal ganz kurz in diese verlassene Hütte da hinten. Ich box dich tot. Ach, das ist aber geil hier, guck mal. Ach, hier ist ein Spawner. Der spawnt hier immer neue von diesen Alter, von den Eingeborenen. Und da ist auch ein, naja, ist eigentlich ein Enderman. Ich weiß nicht genau, was es hier darstellt. Ich versuch dir mal gerade auf die Füße zu kloppen. Oh, ich bin mal tot, wenn das weiter so geht. Aber ich muss sagen, ich find's eine richtig geile Idee von Ubisoft hier, so eine Karte zu bauen für Minecraft. Ich bin mal tot, ich bin mal tot, ich bin mal tot, ich bin mal tot. Scheiße, 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 scheiße. Und ein geiles PR-Cross-Over. So, hier wird mich der, der, äh, Dingens natürlich nicht mehr verfolgen. Haha, vollidiot. Und man sieht, die Karte ist auch ziemlich groß. Das ist ziemlich geil gemacht. Wenn ich mir hier gucke, gerade an der Küste hier, diese ganzen Häuser, hier überall die Zombies drin und so weiter. Da ist auch der Sarazar, das ist der Endgegner hier bei Far Cry auch. Den kennt man ja, den muss man immer aufs Maul hauen. Und, äh, ansonsten, Ansonsten ja, das ist schon sehr, sehr geil gemacht, muss man sagen. Und da ist halt die ganze Karte nachgebaut. Ich werd mir ja gleich auch mal den Game-Mode rein zwitschern hier. Sobald ich in Reaper los bin, Hilfe, Alter, hier hinten die Riesenküste, die Riesen-Steilküste, da kommt man natürlich nicht hoch. Ich werd jetzt mal versuchen, ganz kurz, in den Game-Mode 1 grumpf. Zack, so, und jetzt bin ich wieder hier High on life, da kann ich wieder ein bisschen fliegen Und guck mir auch mal die ganze Gegend an Alter, das sieht schon geil aus, wenn man hier von oben so schaut Hier ist das Dörfchen, wo wir grad waren Hier sind die ganzen Wege überall Ich vermute mal, das hier wird die Map-Begrenzung sein Die riesigen Berge, obwohl, nee, da ist noch was drauf Da wollen wir ganz kurz hinfliegen Hier ist noch, hier, ach, hier ist ein Stützpunkt noch Alter, das ist schon sehr geil gemacht Ist sehr, sehr geil gemacht Kann man nicht anders sagen Hier so eine Ruine, so eine Zerballerter Hier so eine alte Kirche, die auch schon völlig ruiniert ist Zumindest sieht es so aus Hier haben wir auch so ein verfallenes Häuschen mit einer verrotteten Tür Was haben wir denn da? Hier werden stellen grad viele auch die Frage, wie man die Karte bekommt Wie gesagt, die wird erst am 26. erscheinen Das bedeutet, ihr müsst noch ein bisschen warten Wir haben die jetzt sozusagen von Ubisoft ein bisschen früher bekommen Damit wir euch da schon mal ein bisschen zeigen können Aber am 26. könnt ihr dann auch direkt mit dieser Far Cry Map loslegen Und hier erkunden Und es ist ja nicht nur eine neue Map, es ist auch ein komplettes Texture Pack Genau, genau, das gehört alles dazu Ja, das ist also schon echt Arbeit gewesen Wie gemein das ist hier mit den Spawnern überall Hier machen die Jungs schon gemein, muss man sagen Ja, schon Aber ist halt auch herausfordernd ein bisschen Finde ich aber eigentlich ganz geil Da könnte man eigentlich so ein bisschen Let's Play draus machen So ein kleines Special oder sowas Ja, oder eine Adventure Map, ne? Ja, genau, sowas in der Richtung Aber dann halt die Spawner nicht abbauen Sondern versuchen einfach zu überleben Wobei ich nicht genau weiß, was das Ziel ist hier Ich weiß gar nicht, was es ein Ziel gibt Bei Minecraft das Ziel ist ja immer überleben So, jetzt haben wir hier noch einen Spawner Aha Sieh mal da an Hier haben wir eine Endertruhe Wo ein Arrow drin ist Aha Ach guck mal Hier ist so ein Funkmast Ist also schon sehr aktuell gehalten Also auch mit den neuen Features So, ich versuche jetzt mal hier irgendwas zu bewirken Ja, und kurz mal zur Story von Crysis 3 Soweit ich weiß, sind wir da ein Überlebender auf einer Insel Ja Und das bedeutet, wir müssen uns da mit allen möglichen Halodries rumschlagen Auch eben der Typ, der da auf diesem Bild zu sehen war Und hier sehen wir zum Beispiel auch sowas wie ein Sendemast Wenn ich mich nicht irre Ein Sendemast Können wir den mal ganz gut zeigen, ein Sendemast? Genau, wenn man mal auf meinen Rechner geht Hier vorne Ist aber so dunkel gerade, ne? Ja, ist ein bisschen düsterer Vielleicht kannst du mal die Zeit irgendwie umklippen Geht, falls das geht Warte mal So ein bisschen Timeschwung bringen hier So, haben wir jetzt mal Ah, schön, da kann man es auch schon viel besser sehen Das ist wunderbar Und da sieht man wirklich Also wir können es ja nachher abgleichen Wenn dann Ende November auch Far Cry 3 erscheint Können wir natürlich nachher abgleichen In welchem, wie das nachgebaut wurde Und wie genau die Karte aussieht Und wer sich schon vorbereiten will Kann sich quasi hier in Minecraft schon mal die ganze Karte durchchecken Ja Und dann gucken, ob man nicht da einen kleinen Bonus in Far Cry 3 hat Weil man da schon die Karte kennt Die Map ist auch original nachgebaut, ne? Ja, die ist an Also weit Ich weiß die angeblich original nachgebaut Also, ähm Da haben die sich wirklich nicht lumpen lassen, die Entwickler Ich hab hier gerade noch einen Bunker gefunden Mitten im Wald Auf der anderen Seite der Insel Den verlasse ich mal gerade wieder Und flieg hier nochmal ein bisschen weiter Da ist Alter, was ist das denn hier? Ich bin ein bisschen weiter geflogen Hier ist das nächste eingeborene Dorf Mit einem Tempel Das ist ja auch geil Mit Blätterdächern und sowas Hier der Tempel Wo alles brennt Da gehen wir mal ganz kurz rein Heißt bestimmt auch der Tempel Wo alles brennt? Ne, wahrscheinlich nicht Da haben wir eine ganze Tempelanlage Oder wie? Hier kann man auf ein Knöppchen drücken Oh, ich hab den Knopf kaputt gemacht Ich versuch mal zu eruieren Wo man hier dann durchkommt Ah, dann haben wir hier so eine Anlage Oh, hier ist die Redstone-Anlage Ich hab ja auch so ein Backstage geguckt Und dann kommt man hier quasi in den Tempel rein Das lassen wir Das überlasse ich euch dann mal Das herauszufinden, wie es dann da aussieht Wir müssen ja nicht alles zeigen Boah, aber das muss ich gerade mal zeigen hier ganz kurz Vielleicht können wir noch mal auf meinen Monitor skippen Denn ich hab hier das Killer-Sprung-Bet Over the top gefunden Da war ich doch schon längst Aber du bist da nicht runtergesprungen Wuhu Im God-Mode Big Deal Ich bin noch gar nicht im God-Mode mehr Na klar So bin ich, aber ich bin jetzt Wassergeräusch Hätte ich auch so überlebt Ach, ich hab mal eingeborenen Dorf Können wir mal ganz kurz wieder zu mir switchen Bitte, bitte Hier, guck mal Hier ist ein eingeborenen Dorf Und hier sind auch tatsächlich eingeborene Die alle so ein bisschen aussehen wie Bussi-Bär, glaube ich Ich bin mir da nicht so sicher Hier auf jeden Fall sexy bauchfrei Für alle Furry-Liebhaber So ein bisschen Und dann haben wir hier so das In der Mitte das Dorfzentrum Und da stehen auch die eingeborenen Teilweise in der Gegend rum Ich guck da nochmal hin Es scheint ein Frauendorf zu sein Ein Amazonendorf Ich fühl mich wohl, lieber Sarazar Du kannst bleiben, wo du willst Ich hab ein Amazonendorf gefunden Ja klar, als wäre das ein Amazonendorf Das ist ein Amazonendorf Du hast auch Tomaten auf dem Augen heute, echt Ich hab keine Tomaten auf dem Augen Ich hab Wunschdenken im Ohr Ach so Das kann natürlich auch sein Alter, das ist ja nichts Neues Boah, da gibt's auch einen riesen Berg da hinten Hast du den schon gesichert? Boah, die Hütten von innen sind natürlich Aber das sind halt Hütten, ne? Das sind halt echte Lehmhütten Die sind recht karg Alter, was ist das denn für ein krasser Berg hier? Ist ja der Hammer Ich glaube, bei dem gleichen Berg Bin ich grad von der anderen Seite Kommen wir mal ganz kurz auf mich switchen, bitte Ich bin so kamerageil Also auf meinem Monitor Guck dir das mal an, gerade da auf dem Bild Guck mal Alter Ich seh das, ich seh das, ja Spektakulär Spektakulär Boah, Alter Ich glaub das ist aber ein anderer Berg Als du hast Weil der hier ist deutlich höher Vielleicht ist das ein Unterm Berg Oh, Entschuldigung Dann Küsten, hier ist ja auch gerade Küstennebel Oh, was ist da hinten Ist noch ne Stadt Alter, wie riesig das alles ist Hier fließt das Wasser erstmal vom Berg runter Und da hinten hab ich noch ne andere Küstenstadt gefunden Alter Schwede Also das gilt es halt alles zu erkunden Äh, da wird man viel Spaß dran haben Lieber Manuel Ganz kurzer Zwischenstand Hast du schon ein paar Sachen verschickt für Patman? Ja, ich hab jetzt an Momentan ein paar Leute Die Sachen verschickt Über Facebook Und zwar geht das nur an die Leute Die halt auch Nachrichten zulassen Natürlich Ah, okay Von Nichtfreunden Alles klar Weil ich jetzt keine Zeit mehr habe Alle noch anzunehmen Insofern Werde ich jetzt noch ein paar weiter rausschicken Aber es sollten jetzt schon Ein paar Leute auf dem Server vielleicht sein Alles klar Das ist natürlich super Ein super Zwischenstand Vielen lieben Dank übrigens für den Einsatz da unten Und für deine Geduld und Mühe Ich würde sagen, wir springen jetzt aber schon mal bei World of Patman rein Alter, ich will hier gar nicht das Dorf verlassen Das sieht gerade so geil aus Ich hab hier wieder so ein Dorf gefunden Also es war auf jeden Fall keine Kosten und Mühen gescheut hier Für diese tolle Far Cry Map Ich mach mal grad ein bisschen leider Ah, du bist schon drin, ne? Ich geh schon in World of Patman rein Ähm, weil, man muss sagen Far Cry könnt ihr euch die Map da noch selber anschauen Wir wollen jetzt auch nicht zu viel spoilern Zu viel zeigen Ich will mich selber spoilern Ich will das selber noch alles angucken Genau Und ich will das halt auch im Far Cry 3 richtig spielen und neu entdecken Und nicht unbedingt wissen, was schon alles passiert Aber wer es gerne will Na gut, aber das ist was ganz anderes dann glaube ich Vom Spielgefühl her Wer es gerne will, der kann das natürlich ganz anderes Spiel Aber man sieht ja, wie die Karte aussieht Am besten beides zocken Hallo, was passiert mir? Am besten beides zocken So, ich springe jetzt mal bei World of Patman rein Kann aber erst durchstarten Ähm Alter, bei mir ist Ist das bei dir oder bei mir? Bei mir sind hier gerade lauter Sachen explodiert Bei mir ist gar nichts, weil ich bin nicht mehr in Minecraft Bei mir sind hier lauter Sachen explodiert gerade Ich logge mich gerade mal schon mal in World of Patman ein Na gut, ich tue es eben gleich Ich werde jetzt hier disconnecten So schön es war Farcraft 3 Ab 26. Oktober Ich bin sehr, sehr gespannt Muss man sich auf jeden Fall mal reinziehen So, jetzt bin ich aber Ich joine dich mal Ich gucke nochmal ganz kurz, was im Chat passiert Gronkh, was passiert hier? Fragt die Lottie Ich weiß es selber nicht Jeden Freitag, ich komme hierher und bin einfach nur verwirrt Anderthalb Stunden lang und gehe wieder Das ist mein Geheimnis übrigens Ja, wir haben heute leider technische Probleme mit der Seite LptLive für die Leute, die es jetzt gerade zugeschaltet haben Und zwar ist die Seite completo down Das bedeutet, der Manuel lädt gerade per Hand ein paar Mitspieler ein Die sich auf unserer Facebook-Seite dafür gemeldet haben Ja, so ist es leider So ist es leider Ja, 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 ja So nicht anders So, ach Mensch, ich soll mal Hi sagen Ich sag mal Hi Sarah Zahle ist ein Mädchen, steht da Aber ich möchte deine Männlichkeit natürlich nicht untergraben Tust du nicht Also du kannst sowieso nichts untergraben Nö Du hast dir selber schon eingebuddelt Meine Männlichkeit, die lege ich dir aufs Grab eines Tages Zeig dir jetzt gleich mal meine Männlichkeit Dann kriegst du auf die Fresse World of Pac-Man Es heißt übrigens nicht World of Pac-Man Nicht das kleine gelbe Ding, sondern World of Pac-Man Das war mal früher ein Comic, ein ziemlich lustiger Comic Und dazu, da sind wir schon im Hintergrund Der Sarah Zahle ist ja gerade schon am Rumfröbeln Versucht gerade seine nicht vorhandenen Gaming-Skills schon mal zu ölen Stimmt, das sagt der Typ mir, der sich hier die ganze Zeit abgeschießen lassen hat Abgeschießen lassen hat Abgeschießen lassen Ich kann dich gleich mal abgeschießen Du bist abgeschießen Du hast abgeschießen Du bist richtig abgeschießen So Abgeschießen bin ich Ding So siehst du jetzt steht da Gronk ist auch ein Mädchen Gronk ist ein Tunte Er ist kein Mädchen Der tut so, als wäre er ein Mädchen Wenn ich dann Ich wäre wenigstens noch ein echtes Mädchen Du wärst noch ein echtes Mädchen Ja, weil Weil der fehlt da noch Eine Genitalie, mein Freund Die hast du irgendwann im Krieg verloren So sieht's doch aus Besser so, als möchte gern ein Mädchen zu sein Ja, du kennst dich ja aus Ja Du kommst ja aus der Szene Trau du nicht mal in World of Pac-Man rein Ich warte nicht hier in unserer Karte, mein Freund Alter, ich joine da jetzt so dermaßen rein Und das Geile ist, ja Man muss jetzt mal wieder Spaß beiseite hier Wenn man sich so Bio-Pet reinzieht Oder Wop Wars Und sowas alles Hier Hier krumm Pet Crime Also die Map ist der Hammer Ich feier die Map so dermaßen Hier Red Pets Redemption Sehr geil gemacht Richtig, richtig geil Und man muss ja sagen, dass der Entwickler einen verdammt coolen Zeichenstil hat Padora Oh, guck mal, der Arsch da Guck mal, das ist doch dein Ding Padora Oder? Ersche sind doch dein Ding eigentlich Also Männerärsche Deine sind ja mehr so die behaarten Sind da schon welche hier drin oder seid ihr noch zu zweit? Also momentan kann ich das noch gar nicht beurteilen, weil ich nicht sehe, wo man das sieht Einmal Tapp Aber das war doch der Grund Ich wollte dich gerade erst nicht erschießen, weil ich dachte, du wärst ein netter Ja, komm, hier Pims 3 Kriegst du jetzt schon eins Einmal Tapp drücken, bitte, dann wisst ihr, ob Leute da sind oder nicht Ne, wir sind die einzigen bis jetzt Okay Make your game Make your game Okay, wir melken unser Alter, die So noch bitte die Leute bei Facebook mal ihre Nachrichten checken Liebe Leute bei Facebook, bitte checkt mal eure Nachrichten Ich schrei das jetzt extra nochmal, obwohl der Manuel das gerade schon gesagt hat Weil nur so, ja, nur so könnt ihr sicherstellen, äh, nur so, äh, könnt ihr sicherstellen Oh, hier, Pad Space Meinst du, hast eigentlich Sprachprobleme? Left for Pad Ja, momentan schon, weil ich mich gerade konzentriere Auf jeden Fall, checkt mal bitte eure Mails Einfach nur gucken bei Facebook, ob ihr eine Mail habt mit der Server IP und so weiter Ich muss mich ja gerade mal ein bisschen konzentraten Das sind eigentlich diese Pad Shards, das habe ich noch nicht ganz gecheckt Die Pad was? Pad Shards Die Pad Shards? Ja Du, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt Die kleinen Dreiecke, die du auch, äh, eingesammelt hast Die Pime Scheiße Die Pime Überhaupt der ganze Level, ich feier den so dermaßen Ehrgeil Rolling Pad Killer Duck 7, Mr. X-Men, Lost Alien, Pad Cry Da haben wir Pad Cry nochmal Blue, da haben wir die Pimms Pad War Pace Car, Left for Pad Arena 97 Pad Space ist auch geil Ah, da komme ich gleich mal hinterher Ah ne, lieber noch nicht, weil ich brauche erstmal eine dezente Wumme Sonst macht der Sarraza mich gleich fertig Das will ich natürlich nicht Oh, ich bin voll runtergeballert gerade Aber man kriegt, glaube ich, keinen Fallschaden, ne? Ne, huch, irgendwie nicht Hör, wo baumst ich denn hier hin? Ich habe keine Ahnung Ich kriege jetzt ein bisschen weniger für die Karte, also zu zweit Zeig doch mal bitte Doom Du kleiner Pimock Hau doch nicht ab, du Weichei Zeig dir mal Doom Warte, ich muss gerade mal Ach, schade Warte, ich muss gerade mal sterben Wollst du gerade sagen Ja, ich wollte gerade extra sterben, um Doom mal zu zeigen Oh, hier ist noch ganz kurz Petlili Odyssee Was ich mir jetzt schnappe, macht schneller Also wenn ihr gleich mit uns spielt, hier das Ding macht richtig Speedy Gonzales Trip So, ich muss mal ganz kurz gucken Wie schnell ich jetzt bin Ach, hier in der Spieleschublade, ist ja auch geil Na, dann halt nicht Alter Komme ich hier auch wieder raus? Hier wahrscheinlich Du musst mich mal ganz kurz in Ruhe lassen, bitte Warum? Weil ich eben ganz kurz das Secret Du hast überhaupt keinen Bein Ich will das Secret zeigen, Alter Du verdienst keine Gnade Nach diesem Mädchen Ach, komm, Alter Zieh deinen Rock an und geh heulen, ey Wenn du das nicht verträgst, dann bist du ein Mädchen Was ist das eigentlich gegen Mädchen? Gar nichts Mädchen sind einfach sensibler Und das sind die zarteren Geschöpfe Natürlich nicht alle Würde ich bezweifeln Ja, sagt das Das ist, glaube ich, ein Klischee Wenn, also wenn man Du sagst ja nicht zum Mädchen Oder Mädchen sagen ja nicht untereinander Ey, du dicke Truller Klar, dass du da bist Ja Natürlich Na gut, die Mädchen, du kennst, machen das Klar Ey, Bad Player, Alter Ich hab mich übrigens gerade gekillt, weißt du, ne? Ja, genau Das ist aber ein neuer Spieler dazu gekommen Ich wollte dich ja nicht töten, weil du mir gerade noch erzählt hast Bring mich bloß in Ruhe Ja, ach komm Und dann bist du Du hast gesagt, ich habe keine Gnade zu erwarten Ach, Quatsch Ja, wie dich lass ich doch gerne mal überleben So, pass auf Jetzt bin ich hier gerade beim Boom 2 Poster Und da kann man durchgehen Das ist ein Secret Das ist echt geil Dann landet man hier quasi im nachgebauten Doom Level Was natürlich richtig geil ist Ich feier das ja ein bisschen Eine kleine Hommage an Shooter Darf man das überhaupt sagen inzwischen? Alter, was ist das denn hier? Ja klar, es kommt jetzt auch noch ein neuer Doom Titel raus Das ist übrigens die erste Karte, ne? Das erste Level Ja, super, dass du mich das zeigen lässt Ja, ich zeig doch das gerade Ich bin doch auch hier am Durchrennen Bitte misch dich hier nicht in meine Business ein, ja? So, hier kann man ein Knöpfen Du bringst einen nur hinterrückst Alter, nur weil ich dich gerade gekillt habe Hör mal auf zu heulen jetzt, ey Nächstes Mal nehme ich ein Taschentuch mit in die Sendung So, hier, pass auf Da sind noch Secret Level und so weiter Das ist alles nachgebaut Oh, das ist der Pet Player Und dann kommt man hier tatsächlich durch das Exit Ach so, ich erzähle hier die ganze Zeit Und man zeigt das gar nicht Hier ist das Exit Da habe ich gerade noch Secrets gezeigt Aber naja, jetzt bin ich eben wieder raus So ist es, weil ich muss dem Sarazar leider aufs Maul hauen Alter, habe ich dich wieder vertrimmt, mein Freund So, Alter, was ist das denn hier? Hui So, nehmen wir mal die Betty Unstoppable Oh, 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 oh Scheiße, jetzt bin ich wieder lahmarschig Boah, scheiße Ja, die war einfach zu lahm Aber das warst ja nicht du, der mich gekillt hat Ja, klar war ich das Ja, du hast ja wieder den Kill abgeräumt Aber jemand anders hat mich ja natürlich angeschossen die ganze Zeit Nach der Sendung wirst du mich hassen, ne, wie immer Nach der Sendung hasse ich dich Ich hasse dich schon von vornherein Ach so, das ist das Ich bin dein größter Hater Was meinst du, wer die ganzen Dislikes immer auf deinem Video gibt? Ach, du bist der Zwölfjährige Ich bin derjenige, der dich auf Facebook abonniert hat, um nur Dislikes zu geben Ach, du bist das Du hättest doch was sagen können Ach, Quatsch Wir machen natürlich nur Spaß für die Leute Ach, Mann, Alter, ich fall da immer runter Geil Ich hatte diese Duckwaffe, die wollte ich eigentlich mal zeigen Darf ich die gerade mal zeigen, ohne dass du mich abschießt an dir? Ich kann gerade nicht Ich hab gerade den Petplayer hier Und ich hab gerade diesen scheiß Rocket Launcher Mit dem ich überhaupt nicht umgehen kann Weil die ist aber eigentlich ziemlich geil Die würde ich gerne mal zeigen gerade So, zu Let's Show mäßig, weißt du? So Alter, ich feier das Spiel ja, muss ich sagen Ich mag dieses bunte Tritra Trulala, das mag ich ja ganz gerne Ach, das bunte Tritra Trulala Ja, der Kasperle ist halt wieder da Wir hatten da schon wieder den Pissstrahl aktiviert gerade Ich glaube, das war ich Könnte ich Ach komm, Alter, ich bin so ein scheiß Camper-Schwein Stimmt allerdings, endlich sagst du es dir mal Geschieß es dir mal ein, du kleiner Pimmock, ey So, Petplayer habe ich gerade Weggeschfrackt Oh, jetzt sind aber mehrere drinne Jetzt sind mehrere drinne Ich weiß überhaupt nicht, wie man wohin kommt Ich kenne die ganze Map nicht Oh, jetzt bin ich wieder so ein lahmarsch Ich war gerade so speed-up-mäßig unterwegs Die Map kennst du doch wohl Naja, ich bin da einmal durchgerusht Mehr weiß ich ja davon nicht Ich übe ja nicht vor jeder Sendung wie du Damit ich cool dastehe, weißt Übe Du bist doch der Hammel, der das sogar eigentlich Sogar früher gespielt hat Nee, ich habe die Maps früher Die Pet Maps habe ich ja gefeiert früher In welchem Spiel hast du die gespielt? Boah, ich weiß es nicht mehr Es war entweder Quake oder Unreal Tournament Nee, es war Quake Weil er hat ja für Quake das Ding Ich habe ja das Video gesehen Vom Entwickler Dass du auch das Videoantwort zugelassen hast Was ich super interessant fand auch Alter, wer ballert denn da die ganze Zeit auf mich Während ich erzähle Haut den Gronk ruhig tot Der hat's verdient Nee, komm, der Sarazar Der muss mal richtig einer auf den Arsch kriegen Au, scheiße, bin ich runtergestürzt Oh, scheiße, ich auch So Boah, der war ein geiler Mega-Hit, ey Ich habe ja die ganze Zeit diese komische Waffe Ich bin hierhin jetzt gestorben Ist ja interessant Also ich schicke weiterhin Mails raus Ja, cool Ah, super, danke dir Also Manuel lädt weiter Leute ein Manuel, der Held des Tages Bitte einen Applaus für Manuel Ich kann aber gerade nicht applaudieren Wir holen das aber nachher nach, ja Huch, oh Ich habe mich gerade wieder voll aufs Maul gelegt Alter, ich lebe schon erstaunlich lange Und jetzt, wo ich das gesagt habe, bereue ich es schon Mist, ich will doch gar nicht da hoch Ich fliege immer wieder hier hoch Ich will das gar nicht Also diese erste Waffe ist wirklich schwach, finde ich Diese Standard Waffe, die man hat, finde ich die andere deutlich besser Ja, na gut, das ist aber auch gewollt Huch, irgendwer hat mich gerade gefragt Alter Du führst ja Was ist denn los? Tja, weil du so ein kleiner Vollnoob bist Das liegt einfach daran Ich bin ja immer noch auf dem zweiten Platz Aber, dass du mal, dass du mal irgendwas führst Ich habe dich doch letzte Folge besiegt, du kleiner Pimmock Letzte Folge, Alter, was träumst du nachts Darf ich dich gewinnen lassen? Boah, alter Scheiße Ja, genau Jetzt habe ich aber gerade richtig abgelust Also nicht gegen dich, ne? Das ist doch typisch bei dir Du loost immer ab Im Kniffel bin ich unbesiegbar Ja, im Kniffel, das stimmt Mit deiner Oma Weil die lethargisch ist ein Alzheimer Meine Oma fährt im Hühnerstein Motorrad Alter, was? Leute, ich darf jetzt keine Mails mehr bei Facebook versenden Weil ich zu viele versenden Da ist heute wirklich der Wurm drin Da müssen wir halt so weiterspielen, liebe Freunde Hier bei der X Alter, was bin ich denn hier für eine scheiß Wasserbombe? Mann Alter, ich bin doch kein Spawncamper, Alter Wieso? Ich bin immer bei ihm hier am Spawnpoint Das gibt's doch gar nicht You know, show no mercy mit solchen Spackos wie dem Gronkos Alter, der Sarazam muss mal richtig eine verknechtet kriegen Das ist so ein Großkotz So ein gerne Groß Eigentlich überhaupt nicht Na klar Sobald du ein Spiel spielst Dann bist du so im Aggro-Mode Genau Dann hast du einfach die ganze Welt So, und die ganze Welt hasst dich Oh, da ist was dran Boah, ich bin grad irgendwie runtergestürzt hier Huch Ich bin bestürzt Ach, das ist ja geil Warte mal, ich will mal was probieren hier Alter, ich hab schon grad so eine Pillerwaffe Ich bin schon wieder daneben geflogen Boah, das gibt's doch gar nicht, ey Boah, Scheißwaffe hier Also mit Scheißwaffen sich mit wem anzulegen, ist nicht empfehlenswert Ich hab ja die ganze Zeit diese Pillerwaffe Man sollte zu Beginn erstmal wirklich Waffen suchen, hab ich das Gefühl, ne Boah, Alter, ich muss auch wieder ein bisschen mehr ausweichen Ich lauf immer drauf Aber wir sind ja auch sehr müde heute Bei dir lasst du die Entschuldigung nicht gelten mit dem Müde Wie? Warum nicht? Du hast eben noch so große Töne gespuckt, du wärst der Beste in diesem Spiel Was? Der große Ding Was schlimmer als der Sergeant Rumpel, wenn er von Lab4Dead redet und so Du lügst doch gerade dir wieder eins zurecht, um mich schlecht zu machen Wie du das auch noch feierst Kleine Sacknase, ey Sacknase, nimmst du mich jetzt? Ja, du hast so ein richtiges Hodending im Gesicht Ach, schön Einfach schön, ey Da wird wieder fleißig gedisst hier Natürlich Let's play together Das gehört ja einfach dazu, das muss man ja so bringen Ach, das ist, das ist die hier Ah, okay Boah, diese schnellen kriegst du ja gar nicht So, ich bin ja Sieht ja gerade keiner, wo ich bin Das kann ich ja ruhig mal hier so Ah, super Okay, dann wollen wir mal Hier sind wir jetzt eigentlich fünf oder so Und das sind wir insgesamt im Spiel im Moment Warum rette ich dir eigentlich den Arsch, Alter? Kannst du mir das mal verraten? Warum hast du mir den Arsch gerettet? Ja, weil ich gerade hier So nett war Du warst nett? Was ist mit dir los? Nein, ich hätte dich töten müssen Ach, das gibt's doch gar nicht Ich bin hier jetzt gestorben gerade Das ist mir ein Rätsel Scheiße, ich komme immer nie ran Ja, ist schwer zu schaffen, ne? Ja An den Sarazar Boah, huch Was war das denn jetzt? Wo bin ich denn hier? Boah, diese Bombenwaffe ist ja überscheiße Die ist ja wirklich für den Arsch Ne? Ja, allerdings Also diese Bombenwaffe weiß ich nicht Wer die erfunden hat Pad 3D Ach, ich feiere immer noch diese Spielverpackung Finde ich immer noch so geil Einfach, ich finde den Level an sich auch so geil Wir werden ja nachher noch ein paar andere Maps ausprobieren Natürlich Also Padman liegt mir irgendwie Ja, ich sehe schon Du bist ein Abräumer Aber du bist doch eigentlich auch so ein alter Quake Heinz Oder so ein Ja, habe ich früher extrem hardcore gezockt Mit Rocket Jump mal im Schnickschnack Aber das ist jetzt schon noch ein anderes Gameplay Muss man sagen Was ist denn hier los mit dem Gronk, ey? Wieso? Bist vorher drin gewesen, jetzt führt er Ich weiß gar nicht, weil ich so ein bisschen Scheiße Naja, immerhin Wir haben ja nicht gestorben, ne? Ja, ich bin ein paar Mal krepiert Und dann habe ich so ein bisschen die Level-Akunde Aber das ist ja geil Vielleicht tötet man mich mal gerade nicht Eine Sekunde Warte mal, ich würde mal gerne was zeigen Ähm Stopp mal kurz, Jungs Hier, guckt mal den Rechner an Finde ich Hammer Ich kann gerade leider nicht Weil ich fürchte, wer so weit stehen bleibt Oder? Das ist doch richtig geil Ist doch ein kleiner Taschenrechner Was steht denn da drauf? 0,04 Und hier Tastatur und ein Schnickschnack auch am Start Ja, und weiter geht's Ihr könnt mich ruhig wieder umbringen Ich bring euch auch wieder um Das ist aber nett von dir Ich wünsche, ich wüsste es zu schätzen Kurz Nase jucken Und weiter geht's Oh oh Scheiße, die Waffe ist nicht da Jetzt ist der Pampa da Oh Warst du das gerade? Ja Oh, das tut mir leid Gut weggeballert Muss man dir lassen ausnahmsweise Mal zur Abwechslung Oh, diese Ballonwaffe, sorry, ey Aber geil Wenn sie dann trifft, ist sie dick Puh, ich bin wieder auf dem zweiten Platz Alter, manchmal weiß ich auch gar nicht Ah, hier geht's Puh, alter So, wenn man die Map kennt Ist es natürlich eigentlich ganz geil Was haben wir denn hier vorne für schöne Waffen Ich probiere die mal auf Bubble G Habe ich noch gar nicht probiert Ach doch, die ist das Okay, die ist geil Wo bist du, Gronkh? Ich würde dich gerne töten Ich weiß, deswegen Verstecke ich mich wie ein Mäschen Oh Da wurde ich umgebracht Na, sowas Schnell als ich denken konnte Also Junge, Junge, Junge Es geht schon gut ab Also das Game ist einfach Action, Action, Action Wir könnten natürlich langsam mal die Map wechseln Na, ich glaube der Manuel hat gerade ganz andere Probleme Ja, lass uns mal hier ein bisschen Aber die Map ist halt auch riesig genial Also ihr müsst euch das mal selber runterladen Es lohnt sich auf jeden Fall Oh Der Zidane, der macht mich hier gerade frisch Puh Immer wenn ich ein bisschen raus bin, verliere an Plätzen Weil ich dann keine Kills mehr habe Wenn ich schon ein bisschen rumgucke hier Oder ein bisschen rumschloche Ach, sehr auch egal Also mal ganz ehrlich Wir machen zwar Spaß mit hier Du bist der Beste und Kills und Pipapo Ach, na klar Aber letztendlich geht es ja darum Auch hier euch ein bisschen zu zeigen Von dem Spiel Das mal zu präsentieren Weil es echt ein geiler Titel ist Und Hut ab vor dem Entwickler War ja ein ganzes Team Wie heißt er nochmal? Wie heißt er nochmal, der gute Mann? Das war ja der Mapper quasi Ach Mensch, wen habe ich ihn da gerade umgehauen Das war der Mapper quasi Die Ente Und zwar, ich pack aus, wenn ich mich recht entsinne Warte mal, komm mal runter gerade Oh, ich kann gerade nicht, Alter Ich bin hier gerade so, Alter Ich würde dich aber gerne mal töten Hilfe Ja, du willst mich natürlich gerne töten Aber das will so mancher, mein Freund Mist, jetzt lässt die Wirkung nach Huch Mist Ach, Sidane99 ist auf dem zweiten Verdammt Ich habe ihn gerade erledigt, den guten Sidan Aber der spielt gut, der Sidan Der ist gut Ja, ja, ja Der macht einen guten Job Kann man einfach nicht meckern Was liegen denn hier für tolle Farben? Alter, was war das denn gerade? Oh, da hat mich der Petplayer ganz schön eliminiert Hat er gut hingekriegt Aber was diese Pet Shards bringen Hab ich immer noch nicht gereilt Irgendwie Was hast du noch nicht gereilt? Was diese Pet Shards bringen Alter, ich habe das Gefühl Immer wenn ich hier durchgehe Ich gehe immer wieder automatisch ins Doom-Level rein Ich weiß nicht warum Und ich wünsche dir jetzt Ich hätte es nicht gesagt Ach, kannst du ruhig sagen Ist ja auch Wurst Ich mache das einfach gerne Weil ich irgendwie immer wieder da lande Beim Doom-Poster und dann da durchschlüpfe Hilfe, ich werde ja beschossen von allen Seiten Mit Farbe auch noch Zu Recht, möchte ich sagen Zu Recht Ja, weil ich so wenig Farbe im Gesicht habe heute, ne? Ja, heute Wir sind ja ultra bleich heute Ja, alter bright Aus Gründen Aus Gründen Oh, jetzt wird's voller Shit Nein, der Gronke hat mich getötet, glaube ich Oder warst du das? Das kann passieren Ach, der lebt ja immer noch Ich höre gar nicht über die Waffe Scheiße, ich habe nur so eine Pick'em-Off-Waffe jetzt Boah, alter Jetzt hat sie mich aber nach unten gelegt Game over Krass Boah, da habe ich aber nochmal verloren gerade am Platz Ich sollte nicht mal in diesen Doom-Level reingehen Da kriege ich keine Kills in der Zeit Was bringt da? Kann man nicht die Monster in diesem Doom-Level töten? Ne, ne, ne Das sind nur Bitmaps irgendwie Das sind ja auch nur billige, stümperhafte Ausreden Du hast einfach wieder mal abgelost Ja, natürlich Natürlich Aber das ist ja Das ist ja meine Passion Ich bin einfach so ein Gewinnertyp Ich muss manchmal auch mal wieder runterkommen Ja, damit du auf dem Teppich bleibst Dann wollen wir mal gucken, was diese Karte bringt Glück und Segen Auf all deinen Wegen Viel Glück und viel Segen Auf all deinen Wegen Wie mies der lacht Ist ja richtig fies Ist auch geil Wir sind hier so ein bisschen in der Bastelküche Habe ich das Gefühl, ne Wow Hör, das Match hat jetzt gestartet Aber ich habe schon einen umgepascht Hä? Bei mir das Match hat noch gar nicht gestartet Vier, drei Zwei Eins Ah, jetzt geht es los So, wir make mal unser Game Ich habe ja noch gar keine Waffen Shen Long Ist das nicht der Drache von Dragon Ball? Ach, das ist ja scheiße so Meine schöne Waffe ist einfach komplett weg Boah, meine auch Scheiße, Alter, das gibt es doch nicht Ich habe mich hinterrücks ermordet Warum habe ich keinen Score bekommen? Ich habe die gerade getötet Du hast mich getötet? Hä? Alle noch null Score? Das kann doch nicht Das stimmt doch was nicht Alle sind Gewinner, mein lieber Sarraza Alle sind Gewinner Ja, nee, gerne Habe ich nie was gegen Ich bin ja, freue mich ja Ich spiele es ja auch hauptsächlich zum Fun Aber ich verstehe gerade nicht Ah ja, aber es ist null Bei mir steht auch gerade mit null Warum wir alle keine Punkte bekommen? Ich habe gerade auch keinen Punkt bekommen Hier, you play first place with null Hä? Ich glaube, ihr seid in einem anderen Spielmodus jetzt drin Das Problem ist, ich kann jetzt momentan auch nicht so wirklich auf den Server zugreifen Au Also heute ist die Sendung der technischen Probleme Heute geht irgendwie alles down Ist ja nicht so schlimm Nö, auf gar keinen Fall Also die Map kann man ja auch sehen trotzdem Was ist das denn hier eigentlich? Lola Ihr seid in einem Modus, wo ihr taggen müsst Also ihr müsst erst eine Fahrpatrone aufsammeln In eine spezielle und dann in dieses Portal laufen, das du da gerade siehst Ach so, kannst du da nochmal eine Map changen vielleicht? Weil ich würde lieber ehrlich gesagt Nee, kann ich nicht Mein Server ist down und damit auch mein Skript Ach du Scheiße, ich verstehe Aber dieser Junge hatte viele Fahrpatronen dabei Siehst du das? Eight Cartridges Das musst du in die Mitte und in das Portal reinlaufen Ach, alles klar Wie, warte mal, ich lass den Grog jetzt mal laufen oder was? So, ich bin im Portal Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Und jetzt kannst du links oder rechts kannst du hinsprayen Erklär mal den Spielmodus, Grog Ich habe keine Ahnung, ich kann jetzt hier irgendwie hinsprayen, aber ich habe keine Ahnung wo Ja, aber Genau da Wop, 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 wop Wop, wop, wop Wop, wop, wop Wop, 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 wop Wop, 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 wop Wop, 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 wop Genau, in dem Anhänger drin. Ah, da, okay, ich verstehe. Super, jetzt habe ich natürlich keine mehr, weil ich gerade gestorben bin. Ja, dann hast du auch tatsächlich keine mehr, aber er hat viele. So, wir haben Teamunterschiede, oder was? Haben wir zwei verschiedene Teams? Natürlich. Wer ist denn hier so unsichtbar die ganze Zeit? Hä? Du Dreck-Sack. Entschuldigung. Der Spielmodus ist nicht so meins. Na klar, ist er das nicht. Ne, finde ich jetzt nicht so spannend, ehrlich gesagt. Finde ich diesen Deathmatch-Modus hier deutlich simpler. Jetzt wird das Portal bei dir angezeigt, übrigens, äh, bei Gronkwetz angezeigt. Hua! Was du rein kannst, weil du, ähm... Wir sind hier aber auch irgendwie in Teams, oder? Sind wir alle für jeden, jeder für sich. Ne, in Teams natürlich. Ja, aber wie sehe ich denn, wer in welchem Team ist? Da bin ich auch nicht sicher. So, hab ich jetzt noch... Hab ich jetzt noch... Okay, ich probiere das. Ich probiere das jetzt mal gerade einfach. Vielleicht kriege ich's ja hin. So, da hab ich auch mal wieder ein bisschen gesprayt. Ich hab keine Ahnung, wie viele Punkte ich da jetzt geholt habe. Verrückt. Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, reinlaufen. Jetzt bist du wieder raus. Ah, so langsam komm ich der Sache auf die Schliche. Ich hab aber keinen Punkt gemacht jetzt, ne? Komischerweise. Du hast ja nichts getaggt. Yeah! Du hast dein Logo nicht gesprayt. Ach, das muss ich dann auch noch machen. Okay, dann verstehe ich. Genau. Na gut, das ist natürlich erst mal erklärungswürdig. Boah, wie komm ich denn da jetzt? Hö! Scheiße, da komm ich gar nicht hoch. Egal. Neutraler Cartridge. Jetzt schnapp ich mir die Dinger. Boah! Jetzt hab ich mal ein paar Hoffnung, natürlich, dass das nicht, äh, werd ich natürlich wieder getötet. Du hast mich getötet mal wieder, ne? Ja, wie immer halt, ne? Es tut mir zwar auch sehr leid, ich will das gar nicht machen, aber du zwingst mich ja dazu. Ich hab noch nicht einen Punkt gemacht. Weil als ich da ins Portal mit meinen Dingern gerannt bin... Scheiße. Boah, geil getroffen, ne? Scheiße. Mit diesem Ballon-Ding hab ich die erwischt. Ja, die sind krass. Aber da kann man sich auch selber mit töten, glaub ich, oder? Ist natürlich superschlecht beim Zielen. Dann kannst du richtig viele Punkte machen. Gronkh ist der Spray-God, wusstest du das? Bist du voll der Graffiti-Maler, ne? Ich bin voll der Graffiti-Man. Hier gibt's doch irgendwie keine guten Waffen in der Map, ne? Da muss man ein bisschen gucken, bis man da eine hat, ne? Es geht eigentlich, es geht. Ich hab irgendwie das... Also mit Waffen hab ich hier gerade irgendwie Glück, ich weiß gar nicht warum. Also ich hab nur Schrott. Hier, diese Wasserspritzpistole ist ja auch wirklich... Naja. So, ich will immer noch mal versuchen, da hochzukommen. Man muss es halt können. Scheiße. Was? Man muss es halt können. Ich versteh den Manuel nicht. Was sind die Ente? Was bringt mir denn die Ente? Vielleicht soll ich mal ein bisschen mehr reden, ne? Du bist sehr schweigsam. Ja, 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 ich konzentrier mich grad ausnahmsweise ein bisschen, deswegen führe ich auch grad die Tabelle an. Huch, wo bin ich denn hier gelandet? Ah. Krusty-Mörder-Fragezeichen. Bist du, ne? Guck mal auf deinem Monitor. Da steht grad einer. Was denn? Guck mal auf dem Monitor. Bei mir steht grad gar nix. Auf deinem Monitor, auf dem Screen. Ach so, was stand denn da? Krusty-Mörder. Stimmt doch überhaupt nicht. Wohl, stimmt das. Alter, da stell dich einmal so ein Bild nach, weil der Manu mich drum bittet und er ist der Killer, weißt du? Diese Scheiß. Spring ich noch mal rein gerade und jetzt probier ich mal hier die neuen Wummen aus. Bubble-G. Ah, die ist ganz geil, die Bubble-G-Waffe. Jetzt probier ich auch mal ausnahmsweise mal einen abzugeben. Aber ich jage jetzt den Gronkh. Ciao. Boah, aber ich war eh grad angeschlagen. Ich war ein leichtes Opfer, wie ein Rehlein in der Falle. Bin ich ja sowieso immer, ne? Ein kleines Rehlein in der Falle, so kennt man mich ja. Boah, was war das denn? Jetzt war ich mit dieser Blubble-Waffe. Du Drecksack. Ich hab dir nichts getan. Doch, du hast mich schon mehrmals umgebracht, unverschämterweise. Ja, das heißt doch nichts. Wir können doch trotzdem Freunde sein. So, jetzt würde ich mal gerne ausprobieren. Wie sprühe ich denn jetzt das Ding? Ich hab keine Ahnung mehr. Andere Seite. Was? Dorthin. Dorthin. Was? Fahr auf die Seite. Klick einfach. Tut sich nix. Rechter. Ah, jetzt. Okay, hab ich das jetzt gesprüht, oder was? Genau. Ja, ich hab fünf Punkte gemacht. Geil, jetzt versteh ich's. Okay. Muss jetzt eine Aufruhrjagd beginnen, ne? Ihr müsst jetzt sowieso aufhören. Ach so, schade. Wie aufhören? Was? Oh, das ist aber schade. So. Oh. Also war eine sehr zerfahrene Sendung heute. Ja, auf jeden Fall. Eine abgefahrene Sendung vor allem. Aber trotzdem natürlich mit viel Spaß. Ja, viel Spaß, aber leider relativ vielen technischen Problemen, liebe Freunde. Dafür möchten wir uns natürlich an dieser Stelle entschuldigen auch mal, weil... Aber da steckt man leider nicht drin. Es waren ein paar dumme Sachen passiert mit dem Server und so, dass wir die Leute nicht einladen. Hat natürlich für Verzögerung gesorgt. Wir geloben Besserung, möchte ich mal sagen. Zumindest tun wir, wir hoffen einfach Besserung zu geloben, aber es wird wahrscheinlich sowieso nichts. Genau. So, ich springe mal aus dem Spiel. Denn wir haben schon wieder Hype und das heißt, wir müssen uns leider heute wieder von euch abschieben. Oh fuck. War wieder ein amüsanter Livestream, muss ich sagen. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht mit euch. Das stimmt. Und ich denke mal, wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Freitag wieder. Für die, die vielleicht gerade erst eingeschaltet haben. Ja, und nochmal mit freundlicher Unterstützung von Asus. Vielen Dank für diese tollen Laptops und sowas. Und auch noch vielen Dank an Nitrado. Die Jungs, die uns hier immer die ganzen Server stellen, muss man auch mal noch erwähnen. Kein Danke geht den Jungs, die die Seite von aptlive.de betreuen. Das ist ja wohl mal eine Aktion, die einfach nicht wieder online zu schalten. So, 220 Punkte ich führe und bin raus, damit ich nicht absacke auf dem letzten Platz. Ja, hast du gut gemacht. Vielen Dank. Auch du, eine super Runde wieder, auch mit euch. Vielen Dank fürs Mitspielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Sind wir eigentlich schon am Ende. Ja, wir müssen leider. Wir bedanken uns gerade so oft. Ich muss ja leider auch mal exitten. Wir müssen leider abholen. Schade eigentlich, schade eigentlich. Ich würde auch noch gerne eine Runde weiterspielen. Irgendwie ist die Zeit dort wieder verflogen. Das stimmt. Vielleicht sollten wir mal ein paar weniger Spiele spielen. Was meint ihr denn? Was meint ihr denn? Sollen wir lieber ein Spiel lang spielen oder lieber ein paar weniger Spiele spielen? Das ist eine gute Frage, weil wir haben immer das Problem, wenn wir drei Spiele vorspielen, haben wir natürlich nicht so viel Zeit für die Spiele. Wir würden aber natürlich jetzt gerade, World of Patman hätten wir gerade extrem viel länger gezockt eigentlich und ein paar weitere Maps, ein paar andere Spielmodi, noch ein paar Einladungen rausgeschickt und so weiter und so fort. Wie sieht es denn aus? Sollen wir dann lieber uns auf ein Spiel konzentrieren, vielleicht auf zwei? Oder sollen wir lieber mehrere Spiele vorstellen? Wie hätte das denn gerne? Spiele, Spiele, mehr Spiele. So ist es glaube ich gut. Ein paar weniger. Schreibt es auf Facebook, schreibt es in den Chat, schreibt es überall hin, damit wir uns ein bisschen orientieren können. Ein Spiel lang spielen. Also viele Leute wünschen sich hier ein Spiel. Vielleicht sollten wir da irgendwann mal in den nächsten Tagen eine Facebook-Umfrage machen. Schreibt Gronkh ist cool, Saratza nicht so. Schreibt aber Grog ist cool. Kann nicht mal das N schreiben. Natürlich ist Saratza auch eine coole Sau, muss man sagen. Was? Wenn wir uns fertig machen, dann liegt das ja nur daran, dass wir uns eigentlich mögen und das ist ja so eine Art, naja, Hassliebe halt. Weißt du, die Leute, die den Gronkh cool finden, schreiben immer Grog, nicht mal das N. Ja, ja, Grog ist aber cool. Frag Piraten. Ganz ernsthaft. Ich mag den Gronkh ja sogar auch und ich schreib ja auch immer Grog. So siehste, Saratza FTV, siehste mal. Also bei uns, es ist egal, ob man schreibt, Saratza ist cooler als Gronkh. Gronkh ist besitzen und Saratza ist der Held. Ist eigentlich scheißegal, weil wir sind halt siamesische Zwillinge. Also 9 von 10 Frauen finde ich gut und Nase an Eckes, hab ich gerade gehört. Wir sind, siamesische Zwillinge ist ein Spruch, den ich in Minecraft immer bringen. Wir sind uns siamesische Zwillinge und sind am Hoden zusammengewachsen, unterm Tisch, das sieht man jetzt nicht. Deswegen, egal wen ihr beleidigtet, trefft uns beide damit. Genau, so ist das. Saratza ist cooler, Gronkh ist schnuckelig. Gronkh und Saratza sind die Besten, das unterstreiche ich genauso. Ach schön. Wir sind voll die Besten, ey. Wir sind einfach ganz stinknormale Jungs. Manchmal verstehe ich diesen ganzen Hype, der da manchmal gemacht wird, gar nicht. Wir sind echt schon scheiße. Ganz stinknormale Gamer. Ihr seid ganz stinknormale Lungs, die jetzt mal zum Ende kommen müssen. Ich bin schon scheiße. Manuel wirft uns wieder raus. Ja, der Manuel will nach Hause. Seine Oma ist zu Besuch gerade. Die backt erstmal Space Kekse wieder. Da muss er erstmal nach Hause. Hat er Patman weggemacht. So siehts aus. Was? Wie, Patman weggemacht? Die hat euch grad bei Patman weggemacht. Wie, weggemacht? Ach, die war das, die uns die ganze Zeit weggepägt hat. Ach, weil die so heftig an der Maus zittert mit der Gichthand. Weißt du, deswegen fragt die so unnormal. Ach, die war das. Nein, das Problem ist halt, Freunde, wir müssen leider jetzt auch den Stream abschalten. Das heißt, der läuft auch nur ne bestimmte Uhrzeit lang, weil das kostet ja auch viel Geld, so ein Stream. Und wir können dann leider auch nicht sagen, komm, wir machen jetzt nochmal bis 10. Ja, also dieser Stream kostet viel Geld, weil unten sitzen Jungs in der Regie, die wollen nach Hause am Freitagabend, ganz klar. Was man vielleicht mal erwähnen kann, mittlerweile gibt es ja noch viel mehr Shows jeden Tag um 18 Uhr. Das stimmt, Rush Hour zum Beispiel. Die man auch mal erwähnen kann, die Kollegen, das ist so ne Art Sendung über, wo die neuesten Clips vorgestellt werden, was im Internet im Moment abgeht. Spaßige Videos, lustige Leute, immer spaßige Gäste. Equitas übrigens macht die Livemusik, da war ich überrascht. Montag, Dienstag. Fand ich sehr cool. Montag, Dienstag bin ich hoffentlich richtig, ich hoffe ich vertue mich da nicht. Montag, Dienstag um 18 Uhr läuft auch Rush Hour, kann man mal ein bisschen Werbung machen. Für die Leute, die diesen Stream verpasst haben, die können sich diesen natürlich auch immer wieder auf unserer Seite reinziehen, myvideo.com.de. Dort könnt ihr den Stream immer wieder gucken, falls ihr jetzt verpasst habt oder vielleicht den Anfang verpasst habt, da könnt ihr alles nachholen. Und wir sind raus, mein lieber Nikolaus. Ich hoffe wir sehen uns nächsten Freitag wieder, wenn es wieder heißt, selbe Stelle, selbe Welle. Haben wir uns zum Glück noch nicht gesagt. Und bis nächsten Freitag, ja hallo Dries. Ich hoffe ihr seid wieder mit dabei und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.